hi und herzlich willkommen zurück beim bad es los interview podcast mein name ist Sören und ich treffe mich hier in staffel 1 mit zehn profisportlerinnen und insidern aus der deutschen triathlonszene um mal so richtig in deren alltagsmomente kopfkino und ziele rein zu zoomen und rein zoomen ist auch das stichwort denn lasst uns am besten mal das intro zum heutigen gast coach sebastian zeller rein zoomen ich denke die meisten die hier zuhören und wahrscheinlich auch du kennen sebastian aka coach zeller denn ja es gibt schon den ein oder anderen berührungspunkt im world wide web sei es auf dem triathlon crew youtube kanal wo er mit der tc crew wissenschaftskommunikation und infotainment content auf einem sehr hohen niveau raushaut oder vielleicht kennst du ihn auch von der coaches corner den gemeinsamen podcast mit mario schmidt wendling und dennis sammlich von der dtu oder womöglich ist er sogar dein coach denn sebastian trainiert hauptberuflich sowohl profisportlerinnen als auch altersklassenathletinnen in den vergangenen fünf folgen ging es ja primär um die insides der pros heute drehen wir das spiel mal um und hören uns mal an wie sebastian die triathlon szene verfolgt dazu wollte ich von ihm wissen wie er unsere triathlon bubble sowohl medial als auch performance technisch einschätzt was sind trends was sind vielleicht eher negative entwicklung stichwort social media und außerdem suchen wir natürlich auch in seiner rolle als coach klammer auf moderator psychologe und vermittler klammer zu mit einem swinger smiley und selbstverständlich wollte ich hier von sebastian auch den ein oder anderen pro insight bekommen und ich denke wir quatschen hier über viele spannende aspekte es geht unter anderem um seinen personen cult um seine arbeitsweise und die größten learnings plus auch über zwei drei seiner athleten deren stories ich noch mal anreißen wollte und natürlich sprechen wir auch über die norm boys ist ganz klar um das thema kommt man natürlich nicht drum herum aber ja hör am besten jetzt mal selbst rein und zu beginn wollte ich von sebastian wissen ob ihm das podcast game eigentlich spaß macht und wie er solche in anführungszeichen media anfragen empfindet also viel spaß jetzt beim talk mit sebastian ja also grundsätzlich stimmt also es waren da waren so ein paar podcast mittlerweile dabei und ich kann mich noch gut daran erinnern wie das damals beim wesenwagen war das glaube ich die erste der erste podcast auch glaube ich für mich das war nämlich damals vor unserem eigenen podcast glaube ich und irgendwie zeitnah oder zeit also ich weiß auch irgendwie in dem anwenden in den anfängen und ich fand es immer ganz nett also gerade mit den jungs ist ja auch immer ganz cool und wir planen auch gerade was mit denen richtung herbst ist eine kleinigkeit aber auch irgendwie cool dass man da weiterhin auch in so einer verbindung steht und ja so per se finde ich das immer das ehrt ein ja auch stück weit also wenn du gefragt wird ob irgendwo gast sein willst so wie hier heute also auch mal vielen dank noch für die einladung und dann ist es ja irgendwie so dass ich denke das ist doch dass da was positives und da freue ich mich natürlich auch wenn man irgendwie bedenkt ich könnte etwas sinnvolles dazu beitragen und ich kann mich noch gut daran erinnern dass ich mit dem dan loran immer darüber gesprochen habe weil der meinte irgendwann er bräuchte mal eine podcast pause als ich ihn gefragt habe ob er zur coaches corner kommen möchte ist er dann auch das war dann aber sein erster podcast nach einer längeren pause wohl und ich kann das dann schon durchaus nachvollziehen weil wenn du in kurzer zeit immer wieder irgendwo gast bist oder auch einen eigenen podcast hast dann musst du auch echt aufpassen dass du nicht immer den gleichen kokolores sagen wir in köln von dir gibst und du also mir geht das dann auch so ich kann mich dann auch selber irgendwie nicht mehr hören also ich denke schon da habe ich da auch schon mal erzählt oder so und von daher ja ich mache das ab und zu gerne und dann halt die coaches corner einmal im monat bei uns das ist eigentlich auch mal das ist eigentlich ein schönes get together online mit mario und dennis und mit den beiden frankfurter jungs und deswegen ja und ansonsten da wo es sich anbietet bin ich auch gern zu gast ja gut ihr habt ja auch sehr differenzierte frage ist das natürlich auch cool wenn du natürlich immer dann wieder erzählen muss dass du sportwissenschaft studiert hast und so das ist ja auch irgendwann irgendwann wahrscheinlich dann ja ausgeleiert jetzt waren bei mir bisher nur was heißt nur also profis zu gast der eine oder andere war oder ist ja auch unter deinen fittigen was übrigens nicht ja das ist hart sich zu ag ja felix moris und ruben stimmt das habe ich ja ich habe glaube ich auch alle folgen gehört ja ja aber da kommen wir auf jeden Fall noch mal zu aber ich würde gern wenn du lust hast ein bisschen wie ich schon gerade meinte über youtube über das youtube game quatschen weil das fand ich auch einfach spannend so ich habe das natürlich auch alles als heavy consumer verfolgt seit ich glaube 2017 und du bist ja quasi so mit dem whiteboard da berühmt geworden coach scheller so kennen ja viele schon obwohl sie nicht bei dir trainiert haben und ich fand das sehr sehr spannend damals mit der ttc habt ihr damals die blogs gestartet mit dem johann ackermann ja das war vor allem nick und der hat das damals mit johann gestartet ja ich gar nicht dabei muss man auch ganz klar sagen du warst du noch nicht dabei nee 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 das war ja so ach so davor in südafrika glaube ich war das genau ja und dann also wann ging es dann mit der crew los dass du nick dann gebunden angewandelt sind angewandelt ja also es war so dass ich habe damals was muss ich kurz überlegen 2017 ist auch schon fünf jahre her oder viereinhalb zumindest der zahltraum ja im september oder august wir werden jedes jahr und das finde ich eine schöne routine sozusagen eine tradition vom atp kompressor dominik aus berlin erinnert dass wir geburtstag haben er wüsste das jetzt sofort ich weiß es natürlich wieder nicht und ich glaube august september weil ich habe im september promoviert und ich habe immer gesagt solange ich dort nicht fertig bin möchte ich nicht nicht noch ein neues projekt anfangen weil ich glaube jeder der so also hat man vielleicht schon gehört dass das nicht relativ wenig aufwand ist und ich hatte dann auch einfach noch diese disputation das ist ja sozusagen die verteidigung der promotion und feind der dissertation also der der promotionsschrift und ich kann mich noch gut an den tag erinnern da saß ich auch hier am tisch und war ziemlich fertig meine damalige freundin jetzt verlobt und bald ganz bald frau hat mir damals ein beruhigungstier gekocht noch und da hatte ich ganz andere gedanken als irgendwie jetzt mich vor einer tafel zu stellen und irgendwas zu erklären und genau und dann kam halt diese idee auf und ich habe war ich weiß nicht dagegen aber ich konnte mir nicht vorstellen dass es funktioniert um ehrlich zu sein weil ich halt immer gedacht habe naja ich also das ist ja so ein bisschen das was ich immer sage ich habe mir gedacht naja ich schläfe ja schon die studierenden in der uni ein was nicht wirklich so war aber so gefühlt und dann habe ich gedacht das muss ich jetzt nicht auch noch auf youtube machen und dann habe ich gesagt okay lassen wir mal fünf bis zehn videos machen ich überlege mir was welche themen da sinnvoll wären aus meiner sicht und ja sagt man immer so schön the rest is history aber was ich direkt entgegnen möchte ist so ja zur berühmtheit oder so dass das sehe ich nicht also ich und das habe ich auch in der coaches corner gesagt ich mag diesen personen kult auch nicht mag auch eigentlich diesen begriff doch zeller nicht oder so weil ich irgendwie denke naja wir stehen ja eigentlich für inhalte und weniger für person ich verstehe das dass wenn man dann irgendwie ja uns oder mich da vor der tafel 250 mal sieht ich weiß ich gar nicht wie viele videos sind um ehrlich zu sein kann kann ja jeder mal nachgucken dann verbindet man 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 etwas vielleicht damit aber am ende des tages habe ich immer gedacht die inhalte sollen im vordergrund stehen und das sehe ich eigentlich auch bis heute ist ja viele feiern das einfach so ein bisschen dieses entertainment das habt ihr ja auch so ein bisschen mit reingebracht einfach mit nichts das war immer irgendwie so ein bisschen lustig auch dann haben die das natürlich auch gerne so ein bisschen adaptiert ja das war ja so war ja auch wild also war ja auch einfach mal loslegen und wenn ich mir das heute sehe was für ein setup haben also welche kamera welche mikros das ist ja auch durchaus sind das auch stolze beträge die man da investiert hat über die zeit ich weiß noch was man so eine drohne gekauft hat hier tausend euro für eine drohne brauchen wir die wirklich also ich fand das cool und dann haben wir das auch gekauft aber das war damals glaube ich mit einer relativ simplen systemkamera ich bin ich bin da ja in diesem ganzen tag-game überhaupt nicht drin also du kannst mich jetzt hier sachen fragen ich ich weiß ich weiß wie unsere kamera heißt oder so weil ich sie gekauft habe aber damit ich auch nicht die falsche kaufe aber ich kann mich da ja überhaupt nicht aus macht ja alles der chris bei uns und ich glaube mit einem ansteckmikro da also so ein so ein mikroschuh oben auf der kamera ist nicht so ein klassisches ansteckmikro wie wir es heute haben und wenn ich mir die videos von damals heute anschaue dann ich mir so das da war ich auch irgendwie noch ein bisschen jünger sehe ich auch aus und die qualität der videos war sicherlich auch noch mal anders aber auch da sage ich ist doch cool dass die immer noch geguckt werden weil noch mal es geht ja um den inhalt und nicht um die form nicht um die person sondern ja es geht um definitionen damals war es irgendwie faulster max kann ich mich noch gut erinnern ist eines der meistgeklicktesten videos auf unserem channel nach wie vor wird es geguckt jeden monat und das finde ich schön weil es halt nachhaltig ist ja sind ja auch so wie man so schön sagt evergreen inhalte da habt ihr auch wirklich am laufenden band rausgebracht und ich weiß nicht kennst du hier zum beispiel das my lab sagt ihr das was natürlich auf youtube also ja ja und also gibt es ja einige so nicht my lab da gibt es den den ranker rogischer die ja auch so dieser wissenschaftskommunikation drin sind und weil du ja auch gerade sagt dass der bringt also gucken dass welche man sieht das schon ist ein sehr sehr großer need da nicht also dass die leute das wirklich abfeiern halt auch wie das so man sagt ja was ist schön infotainment glaube ich so nicht also ein bisschen informationen bisschen entertainment das da macht ja wirklich ich komme ja aus dem content marketing da würde man sagen halt das ist schon irgendwie so ein best practice case das man sieht ja doch weil es ist ja schon wie du selber gesagt hast the rest is history aber es ist ja schon sehr erfolgreich ich glaube mit 39.000 abonnenten die auf youtube habt das eben da das seht ihr ja auch wahrscheinlich dann einfach an den an den statistiken auch wenn du gesagt hast du guckst das ja vielleicht nicht ganz so an aber dass die leute das gucke ich mir an das gucke ich mir an also ich habe zum beispiel ist es ganz interessant dass da rede ich auch häufig mit partnern drüber also wir haben ja auch den einen anderen kanalpartner also jetzt zum beispiel mit morten oder keller sports und vielleicht auch noch demnächst ein zwei mehr mit denen habe ich heute gesprochen ist also nicht noch nicht offiziell und das ist denen auch wichtig die die sehen ja uns irgendwie so als nachhaltigen wissenschaftskommunikations channel das ist ein schönes wort deutsches wort aber channel überhaupt nicht also stund Kanal müsste man dann sagen aber das ist natürlich auch irgendwie schön also das ist ich habe jetzt letztens mit mit dem verantwortlichen von morten gesprochen und der fand das total cool und ja im grunde ja auch recht ich meine ich bin nie zufrieden um ehrlich zu sein ich denke mal so ich will ja mal möglichst viele leute erreichen und wenn irgendwie ein 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 training the gut video über wo es über hydrogel auch unter anderem geht weil das ist ja diese technologie die über morten das ist jetzt hier übrigens nicht ich will das hier nicht unterbringen oder so also kannst auch raus das sind ja total nischen themen und der sagt ja so also was doch cool ist dass ich weiß gar nicht jetzt 8000 leute oder so geguckt haben das ist genau das was wir wollten so wir wollen nicht den großen hype und über morgens wieder was anderes sondern wir wollen nachhaltig und das video wird immer wieder geguckt wenn wenn man über wettkampfernährung sich was anschaut im triathlon wird man auf dieses video stoßen und das finde ich schön dass das auch wahrgenommen wird in dieser bunten wilden welt so dass hatten wert und genau diese anderen channels die du auch eben angesprochen hast also mylab großer großer fan tolle frau auch also einfach schön dass es auch eine frau ist die die wissenschaft kommuniziert da fehlen uns ja auch immer viele ja damen junge mädels oder junge frauen die das studieren und sich dann auch trauern damit raus zu gehen also finde ich ist das ist ja ein richtiger hype und und die hatte ja während corona auch großen erfolg was mir natürlich da auch leicht getan hat war das was ich habe mir da ein paar also hält es ja gar nicht aus die kommentare zu lesen unter deren videos habt ihr jetzt teilweise auch ausgeschaltet weil natürlich da sie zerrissen worden ist und da fragt man sich manchmal schon so naja man gibt sich große mühe man zitiert alles man die hat die auch studierte wissenschaftlerin also ich meine was ist am ende nicht was man noch mehr machen soll und das reicht dann nicht weil irgendwie dahergelaufene denken sie wüssten es besser und das ist natürlich dann teilweise tut mir also klingt das vielleicht hart aber spüre das so tut mir manchmal echt weh und auch leid ja du bist denn da steckst in der gleichen rolle und ich habe das ja auch schon mal angebracht klar es ist dann irgendwie auch mal ein negativer kommentar dabei auf dem man sich natürlich dann auch irgendwie fokussiert ich hatte ich hatte einen kommentar gelesen ich habe nur mal so ein bisschen skizzenhaft wie sagt man nicht skizzenhaft beispielhaft also da ein bisschen reingezoomt dann meinte einer ja er find's klasse dass ihr halt den content wirklich hochwertig produziert aber eben nicht die ganze product placement schiene so fahrt so ich weiß ich weiß wo der post ist beim regenerations video okay das war mega kommentar das ist der kommentar mit den meisten likes auf unserem channel glaube ich ja ok krass ja und da hattest du eben auch geantwortet oder einer von euch eben dass ja ihr das ist halt oft der content hat nicht hochwertig genug ist und ich komme auch gleich noch eine auf eine anschlussfrage da wo ich auch so ein bisschen kritik vielleicht mal in richtung sponsoring sachen anbringen will aber da fahrt ja einen ganz anderen film nicht und das wird würde mich mal deine gedanken dazu interessieren also ja wie ich gesagt habe denke an den kommentar kann ich mich sehr gut erinnern und da habe ich mir echt gedacht endlich sieht es auch einer oder vielleicht sehen viele das weiß ich auch kriegt das auch in der persönlichen kommunikation gesagt aber da schreibt es auch einer mal einen kommentar und das ist ja das geht ja runter wie wie sagt man öl wie guter keine ahnung warme butter das das ist ja schön weil dafür wollen wir ja stehen also unabhängigkeit sind ja es gibt ja so wissenschaftliche gütekriterien auf die ich auch am anfang total geachtet habe und die wir auch bis heute einhalten also irgendwie objektivität realiabilität und validität das sind ja so ne die klassischen das kennt jeder aus der methodenlehre vorlesung die dann sagt sagt mir noch irgendwas vom bwr-studium da war ja ich wollte gerade sagen das vergisst aber dann direkt wieder ist sind aber die gütekriterien quasi des wissenschaftlichen arbeitens und da habe ich immer darauf geachtet dass wir das auch einhalten und ich auch auch da wieder mit unseren partnern auch das beispiel wieder ich habe morten als als wir die kooperation gestartet haben gesagt pass auf wenn ich darüber ein video mache es gibt darüber dazu mehrere gegen studien und ich werde die definitiv zeigen dafür doch kein weg dran vorbei wenn wir wenn ihr das nicht möchtet ist das in ordnung aber dann machen wir keine kooperation und die waren aber natürlich bringst du die also das ist doch klar dass das wollen wir ja auch so also wir wollen ja dass die leute optimal informiert sind das zeigt ja aber auch eine größe finde ich von so einem partner und das ist auch der grund warum jetzt zum beispiel mit ja mit keller spot also mit einem versandhändler sozusagen arbeiten weil die uns hat ermöglichen nicht abhängig von einer marke zu sein sondern die klar da ist es die einschränkung die dargegeben ist sie können nur schuhe der marken quasi zur verfügung stellen die sie auch selber verkaufen so sehr logisch weil auch darüber die müssen sich auch überlegen okay woher kriegen sie die die budgets ja und und die sie dann weitergeben können und also um das mal so erklären wie das eigentlich funktioniert und da war es zum beispiel so dass darf laufschuhhersteller die da vielleicht nicht nicht so toll abgeschnitten haben oder vielleicht auch auf dem dritten vierten platz waren das ist nicht die schlechtesten die haben gesagt krass was ist denn das wo kam das jetzt her das ist ja super interessant für uns und können wir das nächste mal dann noch mehr teil dessen sein und das ist ja cool dann sieht man auch dass sich ein partner lohnt und ja und das ist so dass was wir halt machen wollen und klar müssen wir auch gucken dass wir irgendwie das kostendeckend irgendwie hinkriegen das ist logisch aber das ist immer so der punkt und ich mir ist immer wichtig diese unabhängigkeit und diese langfristigkeit das heißt wir machen nur mindestens ein jahres wenn ich zwei jahres partnerschaften um es einfach zu sagen also ich möchte jetzt nicht dieses jahr mit einem partner zusammenarbeiten und nächsten jahr ist es dann plötzlich aus der gleichen branche ein anderer das wird sowieso nicht geben ich finde das auch komisch also zumindest in unserer rolle das ist was anderes und das möchte ich auch direkt differenzieren da fand ich auch die folge mit mir an strattmann so toll weil er ja noch mal diesen unterschied gemacht hat oder er wollte sich ja so ein bisschen differenzieren vom vom er gesagt okay ich bin profisportler und ich bin kein influencer und ich wenn ich das richtig im kopf habe und das fand ich ganz ganz wichtig und fand ich sowieso hat mir einen super eindruck vermittelt und ich glaube sein setup ist auch aktuell ist das konkurrenzfähigste meiner meinung aus wenn man alles anschaut mit tom kenne ich ja auch mit dem arbeiten wir auch immer wieder zusammen ich glaube der hat wirklich verstanden und wenn der körper jetzt hält und er sein studium jetzt seine master arbeiter der habe ich damals noch zu ende geschrieben und wenn er das jetzt alles gut verarbeitet dann wird er auch in zukunft ein 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 ja sehr sehr guter athlet werden also ist er ja ich schon aber wird noch besser werden und sehr gespannt und dass ich glaube da dieses team hat es begriffen wie es auch in zukunft ablaufen kann um da mal darauf einzugehen genau das hatte ich auch bei jan das gefühl dass er sehr genau versteht wie das business heutzutage halt laufen muss als profi oder neben profi triathlet wo man halt noch nicht die ganz großen vielleicht kontakte hat das netzwerk wobei das netzwerk hat da vielleicht im hintergrund hier und da schon aber das da alles sehr sehr krass professionalisiert ist das war auch mein eindruck und vielleicht auch schon so ein kleiner unterschied zu einem oder anderen profi wüsste ja auch so welche kennen wo es vielleicht anders läuft so setzt jeder anders gut oder schlecht um wie auch immer aber was eben auch zum content marketing zählt und nochmal auf die erste frage zurückzukommen wie siehst denn du das mit diesen jetzt ist ja so im triathlon profi bereich ist es ja so dass sag ich mal durch die startgelder und preisgeld ist jetzt auch nicht so viel zu holen nicht wenn man jetzt nicht gerade frodeno oder philipp heißt oder so und dann ist es natürlich so dass das sponsern hauptsächlich halt ganz vorne mit dabei ist und da muss man natürlich dann auch gucken ja wo bleibt man dann nimmt man unter umständen hat vielleicht sachen an gut man kann das ja nicht wissen so kann man auch viel rein spekulieren aber dass man halt auch sachen annimmt wo man sagt ich kriege dafür jetzt erst mal geld und dann bin ich erst mal safe aber die frage ist was steht dahinter so nicht und da muss ich ganz ehrlich sagen dass ich so jetzt halt man es gibt ja so eine marke so die sehr sehr prominent ist gerade im triathlon bereich aktien gesellschaft aber ja die die erste ja und ich habe mich halt gefragt so letztendlich ist nicht deine aufgabe das zu bewerten aber wie deine meinung dazu ist weil du hast ja auch mit deinen athleten hast ja auch so ein bisschen kontakt aber ich dachte halt okay krasser also dass die gehen ja sehr sehr offensiv da rein und ich persönlich finde es ein bisschen schwierig ehrlich gesagt das so offensiv das ja von den athleten auch verkauft wird nicht dass das eben um nahrungsergänzungsmittel geht die halt für 80 bis 100 euro verkauft werden pro monat und auf der auf dem ansatz der wissenschaft vielleicht gar nicht so fundiert das nicht das ist ja auch mal die frage also da möchte ich einen unterschied machen und dann würde ich sagen es gibt also profi athleten in jeder sportart und da ist gelernt dass der der athlet die athletin dafür geld bekommt ein produkt auf der brust zu tragen zu bewerben ist er der rpp und da würde ich auch sagen dass das ist völlig legitim das damals im fußball mit jägermeister glaube ich angefangen und hat sich da seitdem entwickelt im sport allgemein ich meine wir reden ja auch so von olympia immer wieder und da muss man ja auch sagen es war früher ein amateursport da durfte man noch gar mit gar kein geld verdienen und so weiter der sport hat sich ja insgesamt entwickelt und da ist gelernt dass ein sportler einen sponsor hat und das repräsentiert dafür geld bekommt und da kann man gleich darüber reden ich glaube das sind wir doch noch viel zu wenig das ist das haupt problem das hast du ja gerade auch angestimmt und das halte ich für völlig legitim das habe ich kein problem wenn das jemand macht irgendwie auf der brust trägt oder auch von mir aus irgendwo in den instagram post macht weil es gelernt ist okay so und so und so dass das natürlich heute auch noch eine andere qualität hat also aufgrund der nähe über social media und dann haben wir das ständig vor der nase kleben das ist ein punkt über den man sicherlich diskutieren kann aber das ist ja ein allgemeingesellschaftliches thema irgendwie und da finde ich das nicht schlimm ich finde es nur ja fast schon nervig wenn es dann in jedem podcast kommt und wenn ich mittlerweile den ein oder anderen podcast anhöre ich höre uns kaum noch triathlon podcast einfach nicht also weil die meisten mich auch gar nicht interessieren muss ich ganz ehrlich gestehen dahin habe ich komplett gehört alle folgen weil es ja weil es auch mal was anderes war und es waren nicht alle fünf minuten irgendeine werbeunterbrechung aber ich höre auch zum beispiel mal wie aus der wirtschaft oder so oder andere podcast weiß ich nicht ach ja es ist denn jetzt noch hier filter kaffee und apokalypse und filter kaffee höre ich irgendwie manchmal und hat das beginnt immer mit einer werbung und dann wird noch mal unterbrochen oder awfnr ist nämlich so ein paradebeispiel wo das einfach das format kaputt gemacht worden ist durch partner und kommerziell einfach sich in den kommerziellen durch diese ausrichtung gerade finde ich halt ich fand für paul ripka cooler dude irgendwie bekommt der her und und der macht immer paar dinge anders und dann ist das plötzlich so eine marketing maschinerie geworden das hat mich dann überhaupt nicht mehr interessiert weil es nicht mehr authentisch war und ich glaube das ist dann wiederum die unterscheidung zu dem influenza tun oder oder also das ist auch nicht negativ gemeint also soll ja jeder machen es ist einfach ist neu und das soll jeder machen wie er will aber das ist da finde ich es dann wiederum hart dass das partner oder sponsoren hingehen und dort relativ viel geld in die hand nehmen und sagen ja mach einfach mal und dann sagst du hier code und dann kriegst du noch so und so viel vitamin d dazu das weiter mittlerweile auch jeder ist ja absurd obwohl ich sie gar nicht hören will und ich kann nur sagen ich hatte mit der das ist das dieses konstrukt ist für mich aber richtig krass weil jeder der sich mit diesem unternehmer auseinandergesetzt hat und das habe ich damals weil wir wurden auch angefragt natürlich und dann ist das irgendwie ein neuseeländisches unternehmen hat aber irgendwie gar keinen richtigen sitz ich habe das dreimal nachgefragt ja wo kommt der denn her ist ich konnte es war wurde kein keine richtige antwort darauf gegeben und dann habe ich gefragt ja okay könnte ich mal eine genaue zusammensetzung haben also ich will eine genaue der hat es wird nicht gehen ich so warum geht das nicht ja weil das firmengeheimnis ist das ist ja bullshit also was habe ich noch nie gehört und ja das wird aber draufstehen ist ja ich will es aber wirklich hören weil ich möchte ja ich möchte das produkt der wenn dann überhaupt vorstellen und also er mich erst mal damit beschäftigen die studienlage dazu durchlesen und so weiter und dann habe ich eine frage gestellt und dann war mir eigentlich klar wie dieses ganze system läuft ich habe damals gesagt ist so ja ist ja bestimmt interessant und hast du denn damals auch dieses video bei uns auf dem channel zu immunsystemen schaut die antwort war ja ja also cooles video ist so dann müsste aber eigentlich die antwort klar sein dass ich das hier eigentlich gar nicht machen möchte weil in diesem video sage ich genau das gegenteilige also keine multivitaminpräparate kein ich schütte mich irgendwie zu mit irgendwas obwohl ich keinen mangeln habe etc pp und also habe ich das abgelehnt und kann ich schon sagen das wäre sicherlich ein solider fünfstelliger betrag gewesen der daran gewesen wäre und so und dann finde ich das halt manchmal schade dass es dann überall anders irgendwie so beworben wird und und toll und hier und hoch und runter aber das muss jeder für sich selbst entscheiden das ist ja auch eine art und weise was man für ja für eine plattform irgendwie hat also ich will das auch gar nicht ist es ganz wichtig dass ich nicht sage ja wir machen das alles gut und die alle anderen machen das schlecht möchte nur sagen ist ja die frage welchen anspruch man hat und und wie die ausrichtung ist so wenn man den anspruch hat wissenschaftlich zu arbeiten und langfristig irgendwie zu agieren dann kann man das vielleicht nicht so entscheidet oder muss man andere partner suchen und wie gesagt den profisport will ich da aber so ein bisschen ausklammern weil ich denke dass es anders gelernt und deswegen und die jungs und mädels da sage ich dann schon naja gut von irgendwas müssen sie ja irgendwie ihren sport finanzieren und da da mache ich mir gerade um ganz ehrlich zu sein in dem sport große gedanken weil das meiner meinung komplett in die falsche richtung geht ja man kriegt das ja auch mit bei euren coaching corners dass das es ist auch ein riesenthema nicht also ich sehe es ja auch jetzt in den talks mit den profis gut das natürlich auch einige dabei die schon länger quasi schon im game sind und da sie ein bisschen gesettelt haben aber gerade auch zum beispiel bei felix so hat man ja auch so ein bisschen das thema so nicht auch gerade so vielleicht so aboschaften oder sowas aber modelle ob das vielleicht auch eine option ist auch wieder schwierig so muss man auch wollen und dann ist ja auch das thema dass man sag ich mal sachen sowie zum beispiel auch jetzt euren youtube-kanal wenn man das im nachhinein professionalisieren möchte ist auch nicht so leicht nicht wenn eben zum beispiel schon mal was kostenlos dabei gewesen wäre so jetzt zum beispiel bei felix oder bei euch und dann willst du damit ein bisschen geld noch verdienen was ja auch legitim ist auch wieder schwierig so nicht aber ich wollte da auch jetzt gar nicht so von wegen so bärchen so oh gott nahrungsergänzungsmittel nur man sagt ja auch so also auf der einen seite muss man ja auch sagen okay die die nutzer sind ja auch irgendwo mündig sind nicht also kann man ja auch nicht sagen ja die glauben alles und es ist alles schlecht aber so ein bisschen repetition ist mass auf skill ist ja auch so da spielt ja auch eine rolle wenn man halt immer so wieder von diesen vorbildern hat gesagt bekommt der nimmt das so ist das ist halt auch irgendwo schwierig so nicht das war nur der punkt dabei so aber du hast natürlich völlig recht dass das wahrscheinlich dann mit die einzige einnahmequelle ist und dann an dem strich ja wie gesagt noch mal also ich denke im sport da ist das auch gelernt und da weiß jeder ja gut der macht das aus einem gewissen grund so ich finde das noch viel viel krasser da müssen wir auch können wir aus dem trio noch mal rausgehen schau dir doch mal einfach also wirklich das richtig krasse influenza tun an also was was da für ein sorry für das wort bullshit vermittelt wird was da gerade oder was da auch ja minderjährigen quasi vorgelebt wird und da da muss man auch irgendwie das muss ja ich weiß nicht vielleicht bin ich da auch zu konservativ oder zu altbacken mittlerweile aber ich finde dass das da muss ja schon irgendwo mal eine regulation her da wird ja was vorgelebt was völlig absurd ist ja ja eben wird es auch nicht geben weil es ja auch amerikanische unternehmen sind aber das ist schon krass also ich sehe das bei meiner wie gesagt verlobten in der schule was da abgeht bei so fünf bis acht klässlern das ist der wahnsinn da kommt auch was uns auf was auf uns zu das wie gesagt ich klinge ist vielleicht sehr alt aber ich mache mir da wirklich sorgen drüber ich mache mir wirklich da viele gedanken drüber weil ich denke so naja dass das hat wenig substanz und das weiß ich nicht ob das uns dahin führt wo wir vielleicht nur eigentlich als gesellschaft hinwollen das ist so ein bisschen mein 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 tenor und ich sage das ja immer wieder ich bin eigentlich derjenige wo der kamera stellt der content produziert und so weiter und ich bin irgendwie so ich sehe das immer sehr sehr kritisch aber ich differenziert ja es muss ja nicht immer alles gutheißen so und ich versuche sein ticken anders zu machen mit den möglichkeiten die ich habe deswegen spreche ich es ja auch an das ist ja eine der möglichkeiten die ich habe und das ist mir wichtig da so eine message rüber zu bringen und ich glaube vielleicht noch mal zu den profis zurück wegen den also ich kenne ja wirklich genug fälle wo ich weiß so wenn da nicht mama papa wären oder wenn die nicht noch irgendwo nebenher arbeiten würden dann wären die also die sind ja keine profis faktisch faktisch die haben eine lizenz und das war es dann auch also das könnten wir ja also du würdest auch sagen so zu diesem triathlon profi begriff das ist halt jemand der sage ich mal dadurch wirklich lebenshalt verdient aber eben doch nicht abhängig das ist nicht meine definition sondern die definition von profisport das ist ja ganz einfach die aber so kann man ja sportmanagement sich durchlesen und das darf muss man von leben und ich finde davon leben heißt auch zum beispiel altersvorsorge davon zu gestalten und ich kenne kaum einen profi anführungszeichen triathleten der das auch noch nebenher schafft oder in einem ganz geringen maße und weißt du wenn du mit 35 plötzlich das klingt jetzt ein bisschen unrei oder das stelle ich eine gewisse unreife vielleicht in den raum meine ich aber gar nicht mit 35 aufwachst und denkst du was habe ich die letzten 15 jahre gemacht oder noch 20 jahre vielleicht ich habe nur versucht irgendwie ein guter triathlet oder eine gute triathletin zu werden und damit nichts da stehst und noch nicht mal einer vernünftigen altersvorsorge dann hast du vielleicht noch 30 beitragsjahre sozusagen und du steigst ja dann auch nicht in die gehaltsklasse direkt ein dass du da sagst okay jetzt hier lass die knorken korken knallen jetzt wird hier richtig geld verdient also da mache ich mir halt wirklich immer wieder gedanken und und versuche da auch leuten einfach vielleicht auch mal in die richtige richtung zu schubsen sagen pass mal auf ich glaube das wird nichts auch wenn ich damit mein geld verdiene als trainer ja dass das da mache ich mir manchmal wirklich dass das sind so zwei also zwei welten in mir so der eine sagt okay der hat schon talent oder die hat schon talent und wenn ich noch ein zwei jahre länger dann könnte da vielleicht der durchbruch hinkommen und auf der anderen seite schlage ich die hände im kopf zusammen und denke mir so bitte lebe einfach ein in anführungszeichen normales leben oder es gibt ja auch noch andere dinge im leben außer triathlon und das ist immer sehr ambivalent ja das ist schwierig da bist du dann auch der coach ist ist ja auch das hat sich ja verändert nicht also du musst ja auch eine gewisse irgendwie empathie mitbringen emotionale intelligenz und nicht so dass alles ein bisschen schwieriger worden und du teilst ja auch auf den youtube-kanal hast du auch teilweise schon mit also ich sag mal athleten coach sachen sind bleiben ja interne ist ja ganz klar aber du hast ja auch ein paar sachen hat einfach schon geteilt somit auch dem florian bürge und dem felix henschel was ja auch alle total spannend finde ich das ist ja auch so ein bisschen mein ansatz von dem podcast zu diese pro insides ist halt super spannend einfach da rein zu hören und jetzt hast du ja auch schon gesagt gerade dass du auch unter umständen manchmal sagst hey das bringt jetzt hier vielleicht nicht mehr so ganz so und da fand ich zum beispiel spannend um da jetzt mal so auf ein zwei beispiele zu kommen auf youtube dem florian bürge dann vielleicht magst du das musst du ja auch nicht aber wenn du das kurz teilen willst du das skizzieren bist ja dann zu florian extra nach hawaii oder vielleicht war es auch ein anderer anlass aber das fand ich schon krass so wir dann halt da so philosophiert habt wie die journey verlaufen ist und dann noch leider geendet ist ja war 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 eine verrückte journey mich haben auch viele gefragt wie geht es eigentlich während einreise wie sagt man einreise stopp oder ohne einreise genehmigung nach amerika und dann vor allem nach hawaii das war auch echt trip sag ich auch also du meinst die journey dahin jetzt aber ja 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 ich weiß ich alleine die journey dahin war schon war schon spannend weil als ich beim zollbeamten oder einreisebeamten da stand und der gar nicht verstanden hat was ich jetzt eigentlich ihm erzähle war schon spannend also ich kann das auch ganz klar sagen ich hatte ich habe zwar moris nicht mehr trainiert zu dem zeitpunkt aber ich hatte über die pto eine einreise genehmigung für st george als trainer und die habe ich einfach knallhart ausgenutzt und bin da rüber geflogen so ganz einfach weil ich mir gedacht naja gut ich bin jetzt da habt ihr habt ihr so eine wie ist das ndl ne die ndl yo 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 werbe unterbrechung und eigene sache wenn du dir jetzt denkst nee dann es gibt einfach die nächsten 60 sekunden wie schon in der letzten folge angeteasert kannst du mich und damit ja den wat is los podcast ab sofort auch finanziell mit einer einmaligen oder noch geiler klein monatlichen spende supporten wenn du dir sagst yo den content feiere ich macht spaß zuzuhören ich mache das natürlich auch weiterhin aber das ding ist mit deiner hilfe in die virtuelle kaffeekasse kann ich einfach die laufenden kosten fürs hosting equipment post production etc abdecken und neue geile formate umsetzen und ist natürlich auch das eine oder andere schon geplant das heißt also dass dein finanzieller support hier komplett in das was es los podcast projekt geht die links wie du mich unterstützen kannst und welche benefits du dadurch bekommst findest du in den show notes und ja falls du vielleicht schon andere creator bei steady oder patreon unterstützt dann such da einfach mal wat is los podcast so jetzt aber werbung ende das ist wieder was nee das ist was anderes wie ist das noch also ich hatte so eine sondereinreise genehmigung da habe ich gedacht okay dann probier es und dann habe ich den scheißflug gebucht und bin da rüber geflogen und dann musste ich für hawaii noch einen speziellen pcr test den die ich auch nur in l.a. machen konnte und so weiter und bin dahin und am ende des tages war es wahrscheinlich eine der besten entscheidungen letzten jahren weil floh war an dem punkt wo es wahrscheinlich auch mal zeit war auch körperlich und hat er ja auch sehr offen transparent dargestellt auch mental dass man da einen haken hinter macht weil mit der krankheit die hat er ja auch sehr sehr transparent da überall dargestellt ich kenne mich also da muss ja sagen da ist er ja viel mehr der experte als ich das ist schon etwas sehr ernsthaftes und ich wünsche ihm einfach für die für den rest seines lebens einfach halbwegs gesunden körper weil ganz gesund wird er wahrscheinlich nicht mehr und da gibt es einfach sehr sehr viel wichtigeres als triathlon und das ist unsere gemeinsame journey also wir haben halt gestartet weil als er schon quasi echt kaputt war weil ich kann man ja auch seine vlogs gucken von früher aus südafrika wo er ich da trainiert hat und sich da echt ja zerstört hat auch ein stück weit und sagt er auch er hat nicht auf seinen körper gehört und ich habe einfach versucht ihm beizubringen mehr auf seinen körper zu hören über all die jahre das war auch dann als er noch in tüxen gelebt hat habe ich immer wieder mit zeitverschiebungen telefoniert auf hawaii dann war es noch komplizierter mit zwölf stunden unterschied und ja jetzt eigentlich auch eine super freundschaft daraus entwickelt und und ja wir planen auch gerade so ein bisschen was vielleicht auch noch mal gemeinsam zu machen in zukunft und das freut mich einfach sehr und ich bin froh dass er jetzt und jeder der vielleicht jetzt auch so auf social media folgt und das schon ein bisschen länger tut sieht glaube ich auch dass es ihm besser geht und das freut mich dass er jetzt irgendwie so seinen weg gefunden hat und der ist nicht profi triathlon und da bin ich auch stolz drauf ein stück weit dass wir das gemeinsam in dieser trainer athleten beziehung hinbekommen haben und das hat ja nichts mit einem hawaii sieg oder so zu tun hat trotzdem auf hawaii geändert das ist so seine seine input aber das ist mir manchmal muss ich ganz ehrlich sagen auch mehr wert als irgendein blöder sportlicher erfolg weil der hängt von so vielen faktoren ab und man muss ja ganz ehrlich sagen hawaii kann nur einer pro jahr gewinnen also auch dieses jahr nur einmal auf hawaii und davon möchte ich mich nicht mehr abhängig machen dafür damit bin ich vielleicht mal irgendwann gestartet ich würde gerne mal mit einem athleten sehr viel erfolg haben sportlich da bin ich so weit weg mittlerweile von von dem gedanken weil es mich das ist nicht mehr meine motivation weil ich einfach gemerkt habe dass es das kann ich teilweise überhaupt nicht beeinflussen ist dann okay das ist spannend ist dann deine motivation auch dass du ich glaube du meinst bei felix mal dass es auch eine herausforderung ist teilweise mit athleten zu arbeiten die vielleicht auch schon andere ansätze verfolgen oder verfolgen wollen möchten und dann auch mal gegenhalten ist das dann eher so der interessantere ansatz das oder das müsste ich häufiger machen so das ist so mein lehrgeld aus den letzten zwei jahren würde ich mal sagen lehrgeld du meintest mal das ist ja auch so ein lernprozess als trainer total das hört ja nie auf glaube ich habe ich auch mittlerweile also in den letzten jahren natürlich auch tolle mentoren dazu bekommen also mit dem dan loran und anderen meinem ehemaligen jetzt ehemaligen chef aus luxemburg auch ein ein also der ist fast doppelt so alt wie ich naja nicht ganz ist jetzt mitte 60 ist jemand der super viele erfahrungen hat mit wenn ich den anrufe da lerne ich jedes mal was und das finde ich immer total spannend als luxemburger habe ich scheinbar wie so ein faible für weil obwohl er ist er ist eigentlich deutsch aber er wohnt jetzt in luxemburg ja dann ist ja gebürtiger luxemburger ja also einfach so eine so eine so eine weitsicht auch in den dingen und ich glaube das ist immer wichtig und nein meine motivation ist tatsächlich irgendwo eine gemeinsame ebene mit einer athletin mit einem athleten zu finden und dort dann gemeinsam irgendwo die leistungsfähigkeit auszubilden und das ist ja weißt du und wenn ich das so ausdrücke dann fühlt sich das für mich gut an weil ich das ja nicht von irgendwelchen qualis ersten plätzen oder sonstwas abhängig mache und das ist eigentlich wieder erlernen von etwas was ich schon mal hatte um ganz ehrlich zu sein weil ich habe früher den sport eigentlich gemacht weil er mir primär erst mal richtig viel spaß bitte gebracht hat und das war nicht immer nutrierend das waren auch die einzelsportarten und das war eigentlich alles was mit sport und bewegung zu tun hatte und die beste zeit eigentlich in dem sport hatte ich als ich eine jugendgruppe trainiert habe und wir haben einfach nur blödsinn gemacht also ich war ja selber kaum älter und wir haben nur blödsinn gemacht und und hatten ich sage immer wir hatten ja nichts also weißt du wir hatten wir hatten keinen zugang zum stadion wir hatten keine festen schwimmzeiten rad brauchst du jetzt nicht viel und wir haben aus diesen möglichkeiten unfassbar viel gemacht und heute aus von diesen zehn mädels und jungs ja sind acht in der zweiten bundesliga und höher gestartet aber das war nicht das ziel weißt du das ist das das ist auch nicht die motivation nicht dass jemand sagt hätte widersprichst du dir jetzt nein ich möchte zeigen weil wir so unfassbar viel spaß hatten und das hat uns motiviert und da gucken wir treffen uns teilweise heute noch also ein paar kommen jetzt auch zur nächsten hochzeit ja das ist jetzt ewig her das ist jetzt neun jahre her und und ja das finde ich cool einfach und und ich will nur sagen dass wenn man nicht den sportlichen erfolg im vordergrund rückt glaube ich auch also jeder ist der ja auch anders kann das auch zu ja zu dem führen aber das ist nicht wichtig weil es ist trotzdem immer trotzdem eine gute zeit gehabt und das ist mir mittlerweile wichtiger und ja so dass das das ist aber ja das ist ein lernprozess und das ist und deswegen klappt es auch nicht mit jedem athleten weil andere athleten sich wieder anders motivieren und die sagen ich will das rennen gewinnen und ich will frodo schlagen und keine ahnung was das ist ja ich kann damit halt relativ wenig anfangen um ehrlich zu sein ja es ist also es ist ja schon dann irgendwie auch wie so eine beziehung so ein bisschen nicht in dem wirklichen persönlichen coaching also kann man da wahrscheinlich auch gar nicht so fragen nach dem motto marketing würde man jetzt sagen so die persona so diesen einathlet so oder welches profil man so gerne mag es kommt dann eher darauf an wie man wahrscheinlich im ersten gespräch auch einfach so miteinander ja klar kommt und ja ja es entwickelt sich auch häufig ne also es ist es ist ja ja es ist wie wie normal im leben auch ja also das ist aber du sagst es schon das ist wie eine beziehung und und man verbringt ja auch unheimlich viel zeit miteinander zum teil im trainings lagern oder am telefon ich weiß nicht wie viele stunden ich mit athleten schon in meinem leben telefoniert habe oder geschrieben habe ich werde hier zuhause ausgemacht macht ihr das klassisch über telefon oder whatsapp oder wie macht ihr das ich habe schon mit dem ich glaube das krasseste also was in anführungszeichen krasseste war ich habe mit dem flo auf dem da war er auf maunakea und da habe ich mit ihm telefoniert also per whatsapp video call guck mal wo ich gerade bin hier herzlichen glückwunsch bei uns regnet und ist drei grad ja also nein das das ist cool und klar man kriegt manchmal auch zu viel mit ja und das ist auch etwas was ich gelernt habe das ist das ist ein ganz ganz schmaler grad und und was ich auf jeden fall gelernt habe ist ich habe eben gesagt okay das kann in einer freundschaft enden aber es muss keiner freundschaft sein und ich glaube ab einem gewissen level ist es auch super schwierig dann darf es auch gar nicht diese richtung gehen ist meine meinung weil es dann zu undifferenziert zu emotional wird und zumindest einer muss die ratio behalten wenn der andere emotional ist und da habe ich glaube ich zum teil auch zu viel mitbekommen und vielleicht auch auf aber auf nachfrage auch vielleicht mal weiß ich nicht wie soll ich sagen vielleicht auch mal zum sehr meine meinung gesagt so zu privaten themen athlete fragt mich irgendwas dann gebe ich da auch also habe ich vielleicht auch mal eine auskunft gegeben die mich vielleicht auch im nachhinein eingeholt hat oder weiß ich nicht also klingt das zu negativ aber man sollte sich da auch also es gibt einfach bereiche wo du als trainer egal welche beziehung du hast sagst du einfach besser nichts zu und dass das klingt das total klar denkt man so ja ist ja auch nur professionell aber wenn du so drin bist on a daily basis ist es manchmal schwer ja siehst du da fällt mir auch eine anekdote ein ich hatte ich weiß nicht ob du den jan wolfgarten kennst der kommt aus dem schwimmbereich und hat zumindest die die bundes ja klar den kennt man ja ich weiß also macht immer ist ja noch groß ich also ich der war früher präsent muss man sagen genau also ich habe ja auch für jan gearbeitet wir haben ja auch so amazing zusammen gemacht den kanal jetzt diese wie informiert ich bin schade tut mir leid und nee das kannst du nicht das kannst du nicht wissen ich war ja nur im hintergrund ich war immer der typ hinter der kamera okay 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 und das war auch sehr spannend da mitzubekommen weil da hat man auch gesehen okay der trainiert hat diese frankfurter bundesliga gruppe das waren auch so alles jüngste kerle und mädels und die hatten einfach auch spaß zusammen und da hast du halt auch das gemerkt oder dass das passt hat einfach obwohl vielleicht jan jetzt auch hat selber gesagt der war so ein old school trainer hat natürlich auch wissenschaftliche ansätze klar verfolgt aber das muss dann halt auch passen so und das fand ich halt auch sehr sehr spannend zu beobachten immer wie das fast schon wie so eine familie war könnte man fast sagen ja dass das ja ich glaube man muss ja immer aufpassen also das kann funktionieren gerade mit so nachwuchs leuten muss das vielleicht auch manchmal sein also ich erinnere mich an fahrten weißt du da bist bin ich ein 20 21 jähriger mit mit zehn wahnsinnigen jugendlichen in die eifel gefahren in ein haus von den eltern oder großeltern von einem anderen wiederum und gefühlt war das war das wochenende abriss party aber so nach also jetzt ohne alkohol also ohne alkohol konsum oder so oder aber einfach das war halt eine gaudi und klar da da bist du natürlich schon als ältester sozusagen auch in gewisser weise in der verantwortung muss sich kümmern und muss den laden zusammenhalten und dann ist das auch ein bisschen wie eine familie klar also kann man ja auch sagen sind wir ein stück weit wieder keine ahnung wie geschwister ja also klingt jetzt vielleicht weiß ich nicht aber so ein bisschen kennt ja jeder vielleicht auch von so klassenfahrten team trainings lagern oder sowas ist er ist ja eine sehr lustige geschichte und und ich glaube aber alt umso professioneller es wird desto professioneller und vertrauensvoller musste auch arbeiten weil die belastung auch von außen und der stritt die stressoren mehr werden das merke ich dann schon und ich glaube dass das ist eines der kriterien glaube ich die auch so ein bisschen die spreu vom weizen trennen wenn du das zusammenkriegst auch als athlet und dem druck stand hält ich glaube es hat die tage auch noch christian blumefeld in dem video gesagt dann kannst du ein champion werden und wenn ich dann sollte es vielleicht auch nicht versuchen und da musst du eigentlich ein sehr ehrliches umfeld haben glaube ich dass dir das auch spiegelt ja kann man dann vielleicht auch gar nicht sagen dass jetzt zum beispiel ein erfolgreiches coaching immer darauf aufbaut gerade auch für dich als trainer dass sich sage ich mal die zahlenwerte so entwickeln wie du das möchtest und da auch gerade die perspektive des athleten mit reinspielt wie er happy ist mit seiner leistungs journey wobei muss man muss man wahrscheinlich zwischen leistungsathlet und hobbyathlet unterscheiden weil beim leistungssportler geht es ja wirklich darum die werte zu maximieren irgendwo bedingt einfach um das leistungsprinzip dann ist bei dem ja das würde ich ganz klar unterscheiden zwischen den beiden levels also ich glaube im amateurbereich ist es so und das ist ja auch immer noch mein hauptjob ja also viele denken ich würde ja nur noch profis trainieren das stimmt ja überhaupt nicht dass das das ist ja auch eines der punkte über die wir auch in der coaches corner schon mal oder einer der punkte über die wir in der coaches corner schon mal gesprochen haben ja gut dann das könnte keiner von den jungs und mädels bezahlen das muss man mal ganz klar so sagen also das wäre wahrscheinlich auch keiner bereit zu recht glaube ich auch im übrigen und also das ist immer noch mein hauptjob und was ich daher einfach immer wieder versuche ist im grunde den leuten die informationen oder den athleten athletinnen die informationen zu geben die sie brauchen um ihr training besser zu verstehen damit sie sich weniger stressen müssen zum teil das ist eigentlich meine an meiner ersten schritte das schöne ist früher muss ich das viel intensiver machen mittlerweile ist das so dass die meisten ja ganz viele videos schon gesehen haben und ich dann gar nicht mehr so viel erklären muss das finde ich schön das ist auch darüber bin ich auch bin ich auch wirklich stolz dass ich merke wir haben da schon was bewegt auch in der breite also das ist so dass ich bin auch nicht auf wenige dinge in meinem leben stolz aber da denke ich schon so ja okay das ist jetzt nicht kriegsentscheidend und das ich ändere jetzt auch nicht damit menschenleben oder ich rette auch kein menschenleben aber so im triathlon ausdauerbereich glaube ich schon dass wir da einen gewissen input hatten der positiv oder haben und der positiv ist und dementsprechend denke ich bei den altersklassen sportlern geht es einfach darum so auch das set up vor allem zu finden aus familie job und dann an irgendeiner stelle dann sport und da versuche ich auch echt dahin zu steuern also den leuten zu sagen es entspann dich doch mal alles gut wir kriegen das hin aber jetzt bitte das ist du kannst nicht guck mal du bist irgendwie am sonntag sechs stunden bei der familienfeier du wirst nicht noch fünf stunden fahrrad fahren dass das wird nicht funktionieren wir können das machen aber dann wirst du denn da deiner vater mutter rolle nicht gerecht und das ist auch zum teil etwas was natürlich hart ist also das musst du ja auch erst mal ich meine jetzt bin ich jetzt werde ich 37 dieses jahr sag das mal als 29 jähriger 46 jährigen ja das ist auch nicht ganz so einfach und das sehe ich echt das sage ich immer wieder und das muss man manchmal aktiver sagen es klingt auch mal vom charakter ab manchen musste das auch gar nicht sagen und häufig bist du so der bremser wenn die athleten durchdrehen oder überdrehen gerade so nach 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 kona wollen ja mal alle direkt loslegen da musst du vielleicht eher der bremser sein und dann bist im januar vielleicht ein bisschen mehr der antreiber und saison wieder so der moderator und der psychologe weil man hat ja plötzlich gar nicht mehr trainiert und morgen ist der wettkampf und das ist so ein bisschen dort die geschichte also da bist du auch einfach viel psychologe pädagoge und und ganz gar nicht so viel trainingswissenschaftler tatsächlich aber das ist ja auch gar nicht das unterschätzen glaube ich auch viele in eigentlich in unserem sportstudium war das ein großer teil auch ja es gab dazu vorlesen und so weiter und da tun immer alles als ob sie davon keine ahnung hätten oder nichts gelernt hätten dann muss man sagen ja gut dann machst du nicht in der vorlesung oder du hast nicht im seminar also jeder hatte doch die chance das zu lernen ja oder kann es auch heute noch lernen und das ist ja man hört ja nie auf aber das bietet ja auch ein sportstudium und man muss aber auch dann die informationen entsprechend dann muss man auch einfach mal zuhören so punkt so und beim profi sage ich ganz klar am ende des tages zählt das leistungsprinzip so und das wollen wir auch alle ja wir wollen nicht profis die zwanzigste auf kona werden also als öffentlichkeit wie gesagt als trainer wie gesagt ist das nicht meine größte motivation aber am ende des tages muss ich performen da geht es nicht um die journey da geht es nicht darum was zu lernen und irgendjemand noch was weiß ich nicht ein vorbild zu sein das ist alles schön und gut aber das macht nicht den profisport aus da geht es um leistung also das ist sehr einfach definiert und ich glaube das wollte ich eben auch noch mal anknüpfen an das was wir eben gesagt haben es ist doch so dass wenn wir von unseren profis und ja athlete innen erwarten dass sie auf social media und dort und hier und überall präsent sind jetzt ist ja fast schon der neue maßstab dass du ein youtube channel brauchst da weiß ich auch gar nicht also wie viele videos ich auch noch gucken soll also wie viele channel mittlerweile gucken muss also ich gucke mir auch da bei weitem nicht alles an weil ich denke ich habe ja auch noch ein leben also ich das findet ja nicht auf youtube statt und also auf unserem channel vielleicht einmal pro woche aber das war es eigentlich auch und das finde ich schon problematisch weil wir müssen doch eigentlich gucken dass wir sie auch unterstützen indem wir ja keine ahnung die produkte von den sponsoren die sie auch so sponsoren würden kaufen oder das positiv mitteilen cool guck mal der wird von dem und dem gespannt sein geil das freut mich weil das kann nicht die aufgabe sein dass jeder sich so eine brand aufbaut weil das auch unrealistisch ist weil dafür ist der film von ruben ist eigentlich ein schönes beispiel ich will ja gar also nicht dass hier irgendjemand falsch steht ich will das hier null negativität aber es ist ja ein komplett unrealistisches gebilde weil wenn ich das richtig verstanden habe das hat ja ruben gesagt hat der produzent regisseur weiß nicht wieder genau die bezeichnung ist null euro dafür bekommen ich weiß nicht ob es da jetzt im nachgang eine regelung oder so gibt also da wird eine stunde ein film produziert und da fließt kein geld das ist maximal das ist auch und also bitte nicht falsch verstehen das ist auch unprofessionell das ist ja kein das kann der triathlon an sich ja gar nicht leisten also oder der triathlet oder der profi in dem sinne und jan strattmann das ja auch schön dargestellt naja ich wissen die leute eigentlich draußen was was das kostet also ich muss ja auch einen fotograf haben und so weiter ich glaube jeder der da war bei dir hat es eigentlich bestätigt und ich weiß selber also besser wenn du so ein sportfotograf wie engagiert kostet 1000 bis 2000 euro pro tag so dass ich glaube das den leuten daraus nicht bewusst und dann gibt es natürlich auch so sachen so da steht in irgendwelchen sponsoren verträgen die habe ich auch schon gelesen da bin ich fast hinten übergekippt ja für den partner xy muss ich 75 post im jahr machen aber das müssen professionelle fotos sein nach dem motto da frage ich mich und da fließt kein geld da gibt es nur ein produkt aber wie soll das denn möglich sein und deswegen ist ein bisschen naiv dann ja gut aber das ist ja ich meine das ist ja genau der punkt von dem wir eben gesprochen haben professionell ja und und ich glaube wir müssen halt gucken dass dass das irgendwie sich die waage hält dass wir dass das die jungs und mädels irgendwie sich entwickeln können dass sie damit geld verdienen können und dass wir nicht erwarten dass die sich plötzlich überall präsentieren und jeden channel bedienen das wird kaum funktionieren und ich ein beispiel ist das ist da bin ich es mir gestern alles aus dem gesicht gefallen ich hatte gestern mit den kanalmitgliedern einen zoom call das machen wir jetzt einmal im monat also wir haben auf youtube die möglichkeit kanalmitglieder also der kanalmitgliedschaft und dann habe ich gesagt okay damit die auch mehr gewinnen machen wir einmal im monat einen zoom call und das ist auch cool da bildet sich gerade so eine gruppe macht echt spaß gestern war felix als gast dabei und da haben wir natürlich über san george gesprochen und ja haben wir getippt so ne also bei männern und frauen und weißt du was echt frappierend war die titelverteidigerin aus deutschland wurde nicht genannt und weißt du was das feedback war ach stimmt ja aber die hat in letzter zeit auch nichts mehr gepostet das ist krass verzerrung ja verzerrung das ist die übelste verzerrung hat dann nur die sam longs und so im kopf immer nur laut 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 extrem 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 und eine anhauk die einen verdammt seriösen professionellen job macht ich war mal auf fuerteventura im nebenapartment die fährt auf fuerteventura dreieinhalb stunden auf der rolle im zimmer ja wer macht das ich kenne keine andere person die das macht die konzentriert sich auf das was ihren job ist was ihr kerngeschäft ist nämlich profisport und deswegen wird die weltmeisterin und drei jahre später wird sie vergessen weil sie letzten weiß ich nicht paar wochen nicht so präsent war auf instagram das ist vielleicht auch nicht ihre rolle und da kann man auch sagen ja das muss das management machen aber warum warum erwarten wir das eigentlich von den leuten das ist sie sind die sind keine pr leute die die haben sich für einen profisport entschieden und da kann man immer sagen das könnte heute sage dazu weiß ich nicht wir entscheiden das ja als als fans oder als gesellschaft ob das dazu gehört oder nicht und das wird gerade überhaupt nicht hinterfragt glaube ich und und da muss man auch sagen ich glaube da beißt ich die katze auch in den eigenen schwanz in dem sinne dass wenn man sich triathlon in deutschland anschaut dann gibt es ja auch die statistik seit dem olympiasieg von jan frodeno sind die startpass startpass hochgegangen und jan frodeno ist meine ich das ist immer das beispiel wo alle sagen ja kannst ja nicht mit vergleichen dann frage ich mal warum es geht um erfolg nur dann kriegst du heutzutage dax unternehmen als sponsor also allianz mercedes benz und so weiter dann kannst du wirklich langfristig mal wirklich nicht nur davon leben sondern auch richtig mal was bewegen klar es kann nicht jeder jan frodeno werden aber das zeigt mir einfach es geht um erfolg denn diese unternehmen wollen sich mit erfolgreichen sportland schmücken das ist völlig klar mit den werten also exzellenz akribie zuverlässigkeit sind attribute mit solchen die solche firmen irgendwie auch an den tag legen und wenn ich natürlich so ein hans cooking luft bin der alles mitmacht und für 300 euro weiß ich nicht den sponsor xy noch zehnmal präsentiert werde ich nicht dahin kommen bin ich fest von überzeugt ja das weiß aber hier langer monolog sorry aber gleichzeitig ist es da auch verrückt da hat man auch mit felix drüber gesprochen dass selbst wenn der erfolg das und die reichweite und die community das selbst dann ist teilweise nicht reicht dass man eben dass sich halt leute melden oder eben diese mediale aufmerksamkeit da ist ja das da hast du absolut recht und das ist auch ein thema wo ich mit felix drüber gesprochen habe weil er hatte mich dann damals auch gefragt diese situation hast du irgendwelche tipps hast du kontakte ich meine braucht man jetzt nicht darüber reden hat ja wirklich eine tip top saison letztes letztes jahr ich meine da wo er am start war war eigentlich in den top 3 hat exzellente laufleistung gebracht ich meine streichen gekrollen rot da muss man gar nicht sagen wird ja gar nicht gesehen also ich weiß ich verstehe gar nicht wo sind denn die marketing leute der laufschuhindustrie gerade ich würde mir ja so blöd gesprochen ich würde mir felix henschel für wenig geld gerade noch sichern ja wenn jetzt gerade dieses jahr da ist echt pech das ist jetzt blöd aber wenn der vielleicht in dieses jahr am stadion rot gewesen wäre und vielleicht das ding abgeschossen hätte oder irgendwann einen großen würde er einfach nur teuer das ist ja gerade steht die aktie noch niedrig ich würde da noch einsteigen ja und ich verstehe das manchmal auch nicht und weiß ich habe ja auch andere athleten denen wird gesagt naja da ist der sportliche erfolg nicht oder du hast das social media nicht und da sagst du da ist beides mehr als vorhanden das wird überhaupt nicht gesehen und da muss man halt sagen okay da also ich habe da glaube ich schon einen grund für warum das dann teilweise für nicht funktioniert weil ich glaube dass mittlerweile das ist so mein eindruck eigentlich alles fast also man sagt ja mal vitamin b aber das sehe ich ganz extrem also du musst ja eigentlich nur das telefonbuch haben oder dein adressbuch telefon haben und wenn das entsprechend voll ist dann wirst du da schon partner finden und ja ich ich kann es auch nicht nachvollziehen also das felix fast wieder mit dem schwarzen eintaler demnächst an der strecken an einer startlinie steht da fällt mir weiß ich nicht was man noch machen muss also muss der in deutschland wirklich dann eines der großen rennen gewinnen und keine ahnung noch die marketing da müssen noch die best buddies dann aus der marketing abteilung jeweiligen firma sein also ich weiß es nicht so ich bin da tut mir auch echt leid also muss ich ganz ehrlich sagen ja fand ich auch krass zu sehen also ja anscheinend sind dann irgendwie die budget top für schon gelehrt wobei wie du schon sagst wenn man da jetzt so in den fußballbereich gehen würde würde man sich natürlich den athleten noch schnell sichern würde ich auch ganz klar so sehen ja siehst du da noch irgendwelche anderen ansätze die die also wie athleten wie felix noch verfolgen können ich könnte was sarkastisches sagen mache ich aber nicht mir fällt da nichts mehr ein also nochmal weil ich denke also er macht ja schon alles er hat sportlichen erfolg gleich kann man sagen es wäre es ein jahr okay war davor hatte ja auch schon vielleicht zwei drei gute rennen gehabt man kann auch sagen na gut es ist in deutschland ebenso weil wir in deutschland so viele gute leute haben sind ja auch sehr privilegiert ich würde denken wenn er in amerika wäre oder australien oder ich weiß es nicht wo dann wäre das vielleicht auch noch mal eine andere welt aber ja am ende des tages ich will ja jetzt auch nicht herumjammern aber ich frage mich manchmal das schon also was muss man denn machen und wir versuchen natürlich auch sein setup zu verbessern und ich denke dann schon irgendwie ja wenn er den sport noch langfristig erfolgreich generiert oder sich da irgendwie entwickeln will dann dann muss es jetzt irgendwann auch sich mal lohnen sagt er selber auch weil das ist genau der punkt also ewig auf ja von der hand in mund wird schwierig und deswegen als ich kann ja nicht sagen ich habe mir auch schon überlegt ob man nicht mal irgendwie eine art form einrichtet ich glaube wir hätten ja ja nein also ich habe mir das schon überlegt aber der punkt ist ich habe mir auch mal überlegt ich würde von den youtube einnahmen gewissen prozentsatz stiften aber erstens ist es nicht die lösung des problems also es kann ja nicht sein dass wir eine stiftung ja genau das ist ja völliger blödsinn das muss der sport schon selber können und zweitens wie du eben gesagt hast es ist schwer etwas zu kommerzialisieren also das ja am ende des tages ist es so oder monetarisieren wenn alles for free ist weil dann denken sich ja die ganzen schlaube schlümpfe warum soll ich dafür was geld ausgeben der macht das ja auch weiter so und ich weiß noch als ich damals die kanalmitgliedschaft eingerichtet habe und dafür ein video gemacht habe da haben echt leute drunter geschrieben ah jetzt wollen sie abcashen das hat mich das gut die gibt es immer ja aber das hat mich das hat mich persönlich verletzt wo ich denke das ist das letzte was ich machen möchte eigentlich und wenn du dann schon vier jahre das ganze gemacht hast for free und ich habe wirklich jeden toilettengang kommentare beantwortet das ist den leuten halt egal so und ich will auch kein mitleid und alles gut so aber ich kann dir keine lösung sagen weil ich sehe sie nicht ist einzige was ich machen kann ist ich kann nur darauf hinweisen ich kann eine gewisse lobby ergreifen ich kann versuchen es zu ändern an den stellen und die 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 weiß ich nicht die die der knotenpunkt sein für jemanden kontakt herstellen irgendwie das kann ich versuchen aber am ende des tages wüsste ich nicht was ich noch mehr machen kann und ja ich glaube der sport kann sich nur selbst helfen da irgendwie und ich glaube der björn gesmann hat es letztens ganz gut bei uns gesagt nämlich hat den punkt gesagt der triathlon ist ja eigentlich ein sehr privilegierter sport wo sehr viele leute mit sehr viel geld drin sind das ist wie pferde sport golf sport aber das interessante ist in den sportarten funktioniert das da ist ja trotzdem unfassbar viel geld drin da ist ein partner wie rolex drin überall beim reiten und so weiter beim triathlon ist das nicht so da kommt jetzt langsam breit legen und so rein vielleicht liegt es auch daran dass der sport noch zu jung ist aber der punkt ist wir schaffen es ja nicht dieses kapital auch irgendwie den sport zu bekommen also ich kenne genug leute muss jetzt aufpassen was ich sage die bei uns aber auch kunden sind die können ihre fahrräder nicht mehr zählen und die fahren so autos keine ahnung das ist dass das verdienen ich glaube drei triathleten in deutschland pro jahr brutto was ein auto kostet die kommen aber nicht auf die idee zum beispiel also die haben mittelständische unternehmen wahrscheinlich mit einem mittleren zweistelligen millionenumsatz mal zu sagen ach ich investiere jetzt mal ein stück weit in den sport den ja geil finde so und das das fehlt uns gerade also ich will auch da ich ich kann die leute nicht zwingen und ich will das ich will machen auch keinen vorwurf aber da kommen ja ich weiß nicht also eigentlich glaube ich würde es so würde so würde es funktionieren so funktioniert es ja auch in anderen sportarten also da kommt irgendwie der typ der viel cola hat der kauft sich ein pferd der gibt der reiterin dem reiter das pferd und damit wird dann irgendwie erfolg von erfolg zu erfolg auf das nächste level und so weiter geritten beim golf musst du sehr viel reisen da wird es finanziert beim tennis ist es so es ist überall so nur im triathlon funktioniert es nicht ich kann dir nicht sagen woran es liegt ja es ist wahrscheinlich klar so ein bisschen bedingt einfach auf triathlon nicht so wie das abläuft so nicht beim reiten und golf hast halt ein platz so und dann können die zuschauer das alles schön verfolgen und so medienwirksam ja du hast ja schon gesagt es ist noch relativ jung ja was ich ja auch so meine gäste jetzt hier immer gefragt habe so dass ich ja auch bin jetzt seit sieben jahren so in der szene quasi mit drin dass man so wohl performance als auch mediatechnisch da einfach so einen wandel erlebt habe ich das gefühl und ist natürlich auch gerade spannend jetzt von deiner seite das noch mal so ein bisschen skizziert zu bekommen vielleicht merkst du da auch so diesen wandel hast du die performance jetzt betrifft seit so ich sag mal so 2018 war ja so die 73 wm mit bodeno und so das ist auf einmal 1 6 der zeiten gerannt und man sagt jetzt immer so ja so ich die ganzen short guys short distance boys dass es jetzt alles schneller wird aber ich kann mir eigentlich auch immer hoch so oder so wie beobachtest du das so das ganze geschehen ja das ist super interessant das ist ja so mein daily business quasi das ist total spannend ich muss mir das natürlich angucken und irgendwie ist es auch von jahr zu jahr also ich weiß nicht vor ein paar jahren war so die magische vier watt pro kilogramm und dann warst du echt richtig gut und gefühlt ist es jetzt es ist nicht so viel mehr geworden aber die leistung verteilt sich zum teil auch anders ja du musst auch mal zehn minuten richtig drauf drücken also richtig richtig und du musst verdammt schnell laufen also da haben wir gestern uns auch drüber unterhalten weiß ja wenn du früher gesagt hast ich laufen vierer schnitt auf dem marathon im allem dann warst du echt fix heute natürlich 3 45 läufst und es wird ja und san george ist vielleicht nicht noch schneller aber who knows wir werden sehen dann ist es so dass ich denke okay wahnsinn und dann ist natürlich sehr viel technologie aerodynamik das ist auch glaube ich ein grund warum das sagt sebi ja selber guck mal was in sebi kinder vor 2010 hat er seine erste langen distanz gemacht was der dafür technologischen am ende ja physikalischen vorsprung hatte er war ja oder hat ja physikstudium glaube ich angefangen und ja das war ja enorm so und haben sie ja wie macht er das muss ja eine maschine sein so und jetzt wird irgendwie klar der ist also natürlich sind ex also er ist eine maschine aber er ist nicht er ist also wenn das protokoll ja genau das muss man immer aufpassen was man in so einem podcast sagt nachher sagt man der zeller sagt der sebi ist ein waschlappen oder so völliger blödsinn natürlich nicht aber du denkst natürlich wenn du ihn früher auf dem rad gesehen ich erinnere nur an las vegas wie der da das fels erpflückt hat ja so es funktioniert heute nicht mehr weil alle sehr gut auf der kiste sitzen weil alle mit leistungen hoch und runter trainieren alle sehr genau wissen wie es funktioniert ich glaube das liegt ganz knallhart an der da liegt es an der professionalisierung definitiv im coaching in der demokratisierung des wissens also das heißt es gibt viel mehr leute die heute wissen wie es geht das war früher ja so ein narrativ und über lieferungswissen dann hast du einen guten trainer und der hat anderen trainer erzählt wie es geht und heute kommt viel mehr wissenschaft rein also dieses diesen wissenschaftlichen ansatz den wie den ich auch immer predige der kommt immer mehr und mehr und mehr je nachdem wie man den auslegt aber also ich würde sagen hättest du vor 2017 jetzt mal auf unser beispiel bezogen ich will jetzt nicht dass wir sagen wir sind nicht der wandel im triathlon bitte nicht weiter steht aber wenn ich vorher war mehr fdp und dann haben wir gesagt naja das stimmt ja eigentlich gar nicht ist ja eigentlich arobe kapazität im sinne der frau zamax sondern jetzt trainieren alle frau zamax so das ist schon krass frau zamax frau zamax das sind die starkworte ja aber vor allen dingen frau zamax und und hit ja ich bin ja werde ja immer ich bin ja immer der hit guru obwohl ich sage du sollst über 90 prozent lit trainieren das ist auch ganz interessant das ist für mich auch learning gewesen aber gut kommen wir zurück zur performance also es enorm wie das gewachsen ist zu den learnings kommen wir noch mal dann das ist auch spannend ja und das ist super super spannend irgendwie wie das zusammengewachsen ist und man muss auch sehen dass die teams um die athleten natürlich auch kompetenter geworden sind und mehr wo geworden sind also jeder hat heute ja irgendwie macht einen bahntest oder einen windkanaltest hatten weiß ich nicht diagnostiker hatten trainer der oder und oder trainer hat extrem gute performance partner also ich meine wenn du heute bei canyon bist hast du immer ein mechaniker dabei ab einer gewissen stufe das ist überlege das mal was das heißt ja also das würde ich mir gerne würde ich mir mal wünschen so ein froh du fliegst mit handgepäck ja so und dann kommt er hin und da steht alles und dann schreibt er in mercedes und dann wird er rumgefahren so das ist ja das ist ja das ist richtig geil das ist richtig professionell ja und das ist auch noch sein vorsprung und jetzt ist es natürlich so dass mit den norboys da jemand oder dass da personen hochkommen athleten die von anfang an ganz anders trainiert worden sind und das ist definitiv ein riesen vorsprung und ich glaube wir begreifen noch gar nicht wie groß dieser vorsprung ist bin ich fest von überzeugt und das das und da sieht man glaube ich auch da trennt sich finde ich auch ein bisschen die 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 spreu vom weizen im betreuerstab beziehungsweise im trainerstab also die da sind die so weit vorne also mit dem olaf alexander buh da habe ich den allergrößten respekt den da habe ich demnächst auch treffen über morten zum beispiel auch das auch cool dann haben wir heute ein video aufgenommen dass die dass die dass die zuschauer frage stellen können und die wir an ihn richten und das ist jemand den ich da sehr schätze und auch teilweise auch bewundere was der für sie ansichten hat aber wie gesagt jetzt versuchen das alle zu kopieren und ich sehe so also das ist absurd jetzt messen alle laktat und ich habe das auch in der coaches corner gesagt frag mal zehn trainer in deutschland was laktat ist ich glaube du kriegst null antwort aber alle messen es jetzt manche messen es ja habe ich gehört aber auch ein prozent ja da werde ich da drehe ich ja durch es ist millimol pro liter und nicht prozent oder sowas ja und und niedrig ist gut das stimmt halt also das ist per se so nicht zu sagen und das musst du immer im kontext sehen und deswegen das ist das ist lustig ja dann wirst du überall gefragt ja bist du auch laktat im training so kommt drauf an aber du machst doch ein wissenschaftlich kommt drauf an so und deswegen ja das ist das finde ich gerade sehr amüsant aber ja ich glaube wir begreifen also es begreifen noch ganz viele leute nicht wie groß dieser vorsprung ist weil die sind ja immer noch jung und es ist die frage klar jetzt kommen ja schon die ersten kritiker her können die das überhaupt so lange durchhalten ja denke ich schon gab aus meiner sicht eigentlich kaum ein grund der dagegen spricht und die wissen sehr genau was sie machen und die werden auch immer noch mal fehler machen aber ich denke ja die haben einen so großen vorsprung die werden vielleicht glaube ich sogar noch wenn frodo aufhört den vorsprung rausbauen man sieht ja jetzt auch schon ein zwei andere youtube kanäle aufploppen das ist auch wieder so das thema nicht man hat nur eden und blumenfeld so im kopf vielleicht noch den caspar stones und dann hat es gefühlt erst mal so auf also ist dann schon auch da eine kleine also man sieht ja auch sehr viele junge jetzt schon in den trainingsgruppen also es gibt da auch so ein so eine so eine pyramidenbasis so die jetzt auch hochkommen wird sozusagen also ich war ja jetzt lange im olympischen sport auch unterwegs also für luxemburg beim komitee und da beschäftigt man sich auch viel mit anderen sportarten aber eben auch mit dem mit der staffel ja ich musste mich ganz viel mit der mixed relay beschäftigen den ganzen olympischen qualifikationsprozess ja ist ja völlig absurd wie das funktioniert so da musst du auch viel studieren und da kannst du jetzt schon erkennen dass die norweger natürlich versuchen in 24 eine staffel an start zu bringen und sie versuchen ja gerade die 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 mädels da die die damen hochzuziehen und ja finde ich sehr interessant und du sagst ist da ist jetzt eine gap so vom alter her aber das ist ja häufig so ne du die haben so drei hochgezogen die sind jetzt so die gallionsfiguren aber die sind ja auch noch jung das dürfen wir nicht vergessen wir tun so als ob die dreißig sind die sind ja anfang 20 20 und die jungs die du da siehst die diese dieme gg und so machen ich weiß nicht was das heißt aber ich finde es lustig ich habe mich gestern auch gefragt so als ich gesehen was heißt das ne mal davon hat mich gefragt was heißt das ich so keine ahnung muss freddy funk fangen ich glaube der weiß es hat es ja auch schon gg hat er schon gemacht habe ich gesehen das video hatte ich gesehen von ihm und die sind ja noch gar nicht die sind ja gar nicht so jung wie wir denken die sind ja auch schon weiß ich nicht 18 oder so ja und so dementsprechend finde ich es ja also wie gesagt ich glaube da kommt noch sehr viel nach und es wird allerhöchste zeit dass wir also zumindest in deutschland hat sich mal die deutsche brille auf da jetzt mal gas geben und mal wirklich konzeptionell was umstellen ansonsten ja können wir ja auch gegen fünf millionen norweger ist ein sehr kleines volk nicht nur im biathlon langlauf hinterher gucken sondern auch im triathlon weiter wie meinst du das mit der demokratisierung also dass ihr trainer euch untereinander austausche zu sein nee das ist ja das ist ja im grunde so dass wissen einfach durchs internet durch pubmed durch studien also demokratisierung ist für mich einfach so im grunde ein leichterer zugang und eine weitere verbreitung von von wissen auch vor allem wissenschaftlichen wissen also ich erinnere mich noch als ich angefangen habe 2005 sport zu studieren dann bin ich erst mal in die bib gegangen und habe versucht erst mal so ganz viel wissen wie so weiße das macht heute auch keiner mehr ich habe die studierenden immer gefragt ja wann war das letzte mal in der bib ja keine ahnung ich musste so für eine hausarbeit recherchieren so und ich bin da gefühlt hockte ich da das erste und zweite semester drin weil ich dafür gebrannt habe so und das war damals der zugang heute machst du das immer noch hoffentlich war das die basis leo da gelegt aber am ende des tages musst du kannst du heute auf pubmed zu fast allen themen publikationen finden review artikel und so weiter und ja dann gibt es ja nicht da gibt es ja auch klar auch social media youtube gibt es immer mehr mehr blogs also das ist im grunde ein wahnsinn wie viel auch populär wissenschaftliche publikationen es dazu gibt dass ich meine wie viele gute bücher gibt es die die training gut eigentlich erklären ja und dementsprechend ja das meine ich mit demokratisierung von wissen merkst du da ich habe mich gefragt merkst du da eigentlich auch so man sagt ja auch so wenn sehr viele informationen im spiel sind dass man oft halt auch überwältigt ist so nicht merkst du da auch irgendwie so eine art paradoxe und so dass ganz ganz viele infos jetzt zum beispiel zu v2 max draußen sind aber du eigentlich noch mehr fragen beantworten musst weil das wissen eigentlich da ist aber es wird so viel spekuliert fragt etc das ist eigentlich noch komplizierter wird alles ja das ist ein guter punkt ich muss sagen dass das bei uns nicht mehr wahrnehme das war am anfang also in so einem zwischenstadium war das zum teil so gott wie viele videos sollte noch machen mittlerweile ist das krass was für ein wissen unsere follower haben also wirklich das wenn man mal in die kommentare schaut dass das ist das ist so dass das geht schon in die tiefe zum teil ja das ist ja nicht nur ja cool mega vielen dank fürs video sondern es geht schon in die tiefe und das reicht dann für mich auch teilweise nicht mehr mal das so zwischendurch zu beantworten sondern muss ich mir auch schon zeit nehmen also wir haben also das ist auch erst mal eine studie ja da wird auch eine studie verlinkt da muss ich dir erst mal mir angucken also das schaffe ich dann aber auch nicht mehr ja klar aber ich finde es mega und und ich habe mir ja immer gewünscht dass wir stehen jetzt irgendwie auch so ein punkt den ich mir dann auch irgendwie mal so prognostisch irgendwie hatte nicht gesehen habe und die dir hofft aber dem ich auch wirklich gewünscht habe nämlich dass die community mehr und mehr auch in sich sich trägt oder auch an sich gut funktioniert das heißt wir haben erstmal eine sehr positive stimmung wir haben kaum negative stimmung auf unserem channel an den kommentaren finde ich super also wir haben kaum trolle oder so und wenn ich habe auch schon mal welche gesperrt weil es mehr also geht irgendwann auch nicht man muss sich nicht beleidigen lassen oder so und das einzige video wo wir echt mal probleme hatten war mal diesem ernährungsvideo damals weil da kamen die kampfveganer und und so weiter an die aber ernährung ist immer ein thema das ist halt so ist halt eine glaube es hat ein glaube und keine wissenschaft für viele und religion ja und ja und glaube ist immer ein mangel an wissen das wissen wir ja so als spruch und das wird dann zu einem problem und gut es gibt auch kein endgültiges wissen würden sie jetzt sagen aber das stimmt auch wieder naja auf jeden fall haben wir echt grundsätzlich eine super tolle stimmung und es kommen mittlerweile fragen auf dann werden ja guck dir immer das video an da hat er das schon gesagt oder so und dann denke ich mal toll also genau das habe ich mir gewünscht dafür braucht man scheinbar so eine kritische größe und und auch so eine kern followerschaft sozusagen aber das macht mir total viel spaß und das finde ich schön das zu beobachten also macht mir wirklich freude und es ist kann ja auch nicht sein dass ich immer alles quasi also dass ich der heilige graal sozusagen bin und wenn der sebastian es nicht gesagt hat dann stimmt es nicht oder dann ist es noch nicht final beantwortet das finde ich halt irgendwie schwierig und das wollte ich auch nie also ich bin ja nicht der das ist der unterschied zum guru der guru sagt immer ich weiß es und ich bin der alleinige der weiß und der wissenschaftler sagt so naja ich weiß dass ich es vor allem erstmal nicht weiß und ich versuche erkenntnisse zu schaffen und deswegen ist die frage die komplexität io ich glaube dass das größte problem was bei uns gerade entsteht und da sind wir gerade auf der suche nach einer lösung ich glaube wir kommen aber auch dahin ist dass die leute sagen ich habe euch gefunden als muss ich 250 videos gucken und wo soll ich anfangen so ja das kann ich gut verstehen weil das krasse ist manchmal habe ich ein themen themen idee sagt chris wir müssen mal das und das thema machen und da guckt er mich so an grübelt also ich will es jetzt nicht sagen aber ich glaube ich habe es schon mal gesehen das passiert das passiert ich vergesse selber wieder die videos und ja bin total begeistert vom thema da muss ich mir überlegen wie ich trotzdem reinkriege so und ja also macht immer noch große freude und da müssen wir aber irgendwie gucken dass wir da auch die neuen irgendwie mit ins boot holen damit die sich da nicht verlieren ja ich hatte um auf den olaf alexander buh noch mal zu kommen hatte ich neulich einen artikel gelesen da ging es darum dass der ne der christian blumfeld meinte irgendwie so wird er von ihm auch trainiert oder diagnostiziert so nicht und dann meinte er ja ja okay dass der christian meinte dann irgendwie so ja ich habe halt irgendwie so größere lunge größeres herz alles ist irgendwie stabil aufgestellt und bei olaf ist es halt genauso nur im kopf so sinngemäß hat er hat gesagt dass er irgendwie so die skills hat hat wissen sehr schnell und gut zu zu absorbieren und eben auch dann wahrscheinlich auch das training zu adaptieren und das fand ich halt irgendwie auch so eine spannende aussage nicht dass er da einfach einfach so eine ikone ist ja das ist ich glaube was ein größter vorteil ist ist dass der sich multidisziplinär irgendwie aufstellt und gar nicht so aus dem sport direkt kommt ich glaube das ist allergrößte ich glaube der kommt ja aus dem technologie bereich und der hat eine andere denke und ich habe mit letztens in letzter zeit öfters mit einem promovierten physiker zu tun für ein projekt und der hat sich mal eben so die menschliche physiologie quasi beigebracht sage ich jetzt mal blöd gesprochen und manchmal höre ich dem zu denke mir so klingt total logisch warum ist mir das so nicht eingefallen das so zu präsentieren weil der aber eben ganz andere schematischere denke hat als ich ich habe ich habe ein physiologisches denken und ein physiker hat so wenn dann klick ineinander geklickt so quasi eines dann passiert das und jenes und das ist da lerne ich auch immer versuche ich auch immer wieder okay da muss ich meine denke komplett umstellen das ist natürlich kompliziert ja aber irgendwann bist du ja auch hast ja so ein muster erstellt und ja das ist aber höchst interessant ich glaube das ist seine große stärke aber wir werden ihn ja kennenlernen was mich also wirklich als kompletter fan einfach so aber auch irgendwie laie mal interessieren würde gefragt jetzt an dich als trainer so wenn man jetzt diesen christian blumenfeld sieht nicht er sieht ja jetzt nicht sage ich mal aus wie ein top athlet so wo ich mir denke selbst ich sehe und manchmal mancher wenn ich jetzt nicht top trainiert bin besser aus was natürlich der vergleich hinkt natürlich total aber als ausstehender ist es halt immer so richtig krass zu sehen wie der christian so da auf der olympischen distanz mit seiner statur also jetzt gar nicht in irgendwie negative richtung ich verstehe das ich verstehe den punkt weiß genau was du meinst das sieht so teilweise so ein bisschen lustiger aus aber liefert halt so krass ab wie 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 sind deine gedanken dazu ja ich bin ja mehr physiologe ich 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 dachte das ja so der mann von also einer der ja genau du kannst ja mal aus der physiologischen rolle so ein bisschen versuchen zu also muss ich einfach vorstellen der kerl hat eine 91er faulzer max so das ist erstmal eine kapazität das ist das doppelte von einem durchschnittsbild deutschen durchschnittsbürger das zweimal ein durchschnittsbürger also der hat zweimal so viel kann er energie umsetzen und das ist die kapazität und deswegen verstehen glaube ich auch nach wie vor leute die faulzer max nicht also ich habe das dann ja jetzt auch in einer eine andere folge bei dir wieder gehört so jungs alles gut ihr habt aber keine chance ja habt ihr könnt euch das hohen runter schön rechnen und reden vor allen dingen der typ zerstört euch ja und das wird und das meine ich mit vorsprung ja wenn du ich meine ich habe jetzt genug athleten auch gehabt die 80 und höhere faulzer max hatten und weißt du jedes mal in dem moment kam dann ja aber der blume fährt 91 und ich so okay ja vielleicht kommen wir dahin aber lass uns das auch angehen das heißt aber dass wir eine langfristigkeit haben müssen das ist jetzt nicht einmal irgendwie 80 bis 85 haben und dann passiert der rest von alleine es wird ja immer schwerer und ich glaube die jungs was ich teilweise wahrnehmen sind sich überhaupt nicht bewusst was das heißt was die jungs der norwegen gerade machen das meine ich mit vorsprung weil die haben auch vor allen dingen mentalen vorsprung weil sie das alles schon hinter sich haben und die wissen ganz genau wie es funktioniert und ich glaube da weißt du wenn ich dann höre ja ich messe jetzt auch laktat so wie norweger höre ich immer wieder in letzter zeit da sage ich mal okay du weißt gar nicht was der vorsprung ist ist ja nicht laktat messung ist das ganze verständnis dahinter und damit fängt schon an und ich glaube eden hat ja ähnliche hohe werte und sagen ja die faulzer max ist nicht so wichtig sei sorry doch weil wenn du einen derart großen motor hast und dann das kombiniert mit einer ja mit einem niedrigen kohlenhydratstoffwechsel also einer niedrigen fauler max und einem sehr und damit auch dann wahrscheinlich sehr gut ausgeprägten fettstoffwechsel sorry und einer guten bewegungsökonomie sorry jungs dann seid ihr alle raus dann seid ihr alle raus weil ihr könnt ja auch so ökonomisch sein und auch wenig kohlenhydrate verbrauchen wenn es darauf ankommt der typ zerstört euch so da könnte er jetzt auch noch mal das können sie sich alle schön reden ja und darauf kommt es gar nicht an und es ist auch ganz viel mental und sorry das stimmt nicht weil das dieser ganze mentale kommt die komponente heißt ja nur kann ich meine kapazität abrufen oder nicht oder habe ich einen guten schlechten tag kann ich mich noch mal raus rufen das stimmt auch alles aber das was mir immer wieder auffällt ist die mentale komponente ist wichtig aber die hat eigentlich kommt immer nur dann zum tragen bei athleten wenn sie entweder einen schlechten tag hatten oder sehr sehr guten wenn sie einen schlechten tag hatten habe ich war mental nicht gut aufgestellt und wenn sie sehr guten hatten war ich war mental sehr gut aufgestellt so wenn sie normalen tag haben wird gar nicht über die mentale komponente gesprochen es zeigt für mich eigentlich okay es kann nicht so wichtig sein also ich will das nicht kleinreden aber noch mal wenn du eine 80er faul zu magst und ein anderer hat eine 91 und der ist und der kann alles andere auch sehr gut das darf man jetzt nicht vergessen kannst du mental so stark sein wie du willst du wirst ihn nicht schlagen und das ist seine große fähigkeit und deswegen ist es auch erst mal egal ob er vielleicht ein kilo schwerer ist weil es ist ja überlegt immer was das ein absoluter sauerstoff aufnahme aufnahme bedeutet ich weiß es gar nicht wie schwer genau ist weil mich das auch eigentlich nie interessiert wie schwer ein athlet ist und weil das meistens dann nur dazu führt dass leute hungern aus meiner erfahrung du kannst dem thema sagen aber wenn du einmal als trainer das ist so gefährlich wenn du als einmal als trainer sagst als diagnostiker hier ein prozent weniger körperfett oder ein kilo weniger körpergewicht dann ist das der anker das sitzt das ist der trigger und dann kannst du als trainer bist du machtlos weil ich kann ja nicht füttern ja ich bin ja nicht jeden tag dabei und das zum beispiel kann ja fürs video gewesen sein aber ich glaube dass es tatsächlich so ist weil das kommt ja vielen videos so vor guck dir mal was die jungs da essen ja also das extrem beispiel ist ja ihnen mit der mit der pizza und der cola zum frühstück ich meine das ist jetzt nicht das was ich jetzt auch sagen würde das ist perfekt aber die norweger die haben eine andere einstellung in allen olympischen sportarten im übrigen zum essen die sagen immer erst mal nö ist nicht so wichtig hauptsache du ist genug so und das machen wir halt häufig auch falsch und woran liegt das eine vage sagt eine einfache zahl und das kann jeder einschätzen für alles physiologische brauchst du viel wissen viel einschätzungswissen oder viel erfahrung zum teil und da gibt es halt wenig leute die die da wirklich gut beraten können und deswegen wird natürlich erst mal am gewicht geschraubt weil da kann ich dich erst auf eine waage stellen dann messe ich vielleicht noch körperfett mit seiner kalipper zange und habe eine aussage aber wie schaffen wir es von einer 83 84 82 was auch immer v zu max auf über 90 zu kommen das können dir sehr wenige leute sagen auf dem planeten kann ich dir auch vielleicht noch nicht sagen weil ich es noch nicht geschafft habe aber das ist die fragestellung und ich weiß auch noch nicht wie man da hinkommt auf 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 eine 91 oder wie auch immer aber es wird die zukunft des sports sein und wer schafft die diese hohe kapazität mit einer mit einem sehr guten energiestoffwechsel oder stoffwechsel an sich zu verbinden der wird in der zukunft ja der wird es in den händen haben und da sehe ich eigentlich gerade wenige bis gar keine anderen leute die das schaffen können ja ich fand auch so krass weil du das mentale angesprochen hast das auch an jedem interview wo er halt interviewt wird der christian das hieß immer gleich ja ersetzt an an dem nächsten so er hat ist mental gar nicht dabei jetzt irgendwie sich darauf auszuruhen es ist immer das nächste so das ist profisport ja aber das ist wahrscheinlich so der absolute spitzen sport vielleicht vielleicht das ist irgendwie auch so ein zweischneidiges schwert weil man auch immer so ein bisschen gefangen ist also ich hatte ich habe vor kurzem im podcast ich weiß nicht ob du kennst hotel matze ist ein sehr großer podcast der matze hilscher macht es finde ich ein super podcast muss ich mal sagen ganz tolle interviews und da war der andré schürde zu gast vor kurzem der auch profisportler war super interview und da ging es sehr viel um dieses gefangensein als profi in diesem mentalen in dieser mentalen hamsterrad so und er hat auch geschrieben so bei seinem größten erfolg damals 2014 bei der wm vorlage ja das war der konnte eigentlich gar nicht sich freuen was ging er hatte so eine angst gut ist noch mal ein anderes thema aber dass es jetzt weitergeht und es muss sich wieder beweisen und immer dieser gedanken an das nächste so aber das bei christian ist es ja auch so dass immer das nächste das nächste das macht es wahrscheinlich auch aus und ja aber ich glaube das ist die können damit umgehen weil sie auch dort ja das meinte ich eben die sind ja mental auch weit vorne weil sie so ausgebildet worden sind und das meinte ich auch eben mit ein bisschen personenkult ist mal ganz im ernst du musst dir in deutschland zum teil gerade sehr wenig leisten eigentlich also da gibt leute die haben noch nichts gewonnen ist aber ein riesen buhei drum so ja sorry das ist ja einfach so das kann ja jeder gerade live mitbekommen ja weißt du was christian lomefeld gesagt hat in norwegen da brauchst du nicht ankommen da bist du ein niemand wenn du keine goldmedaille im olympischen sport hast weil wir haben die ganzen langläufer und biathleten das heißt kann ich mich daran ja das das ist eine ganz andere komponente und das ding ich weiß ich würde mir manchmal auch idealistischer vorstellen ja aber spitzensporten wir reden ja von weltmeisterschaft kona gewinnen wir haben alle kona gewinnen die ich finde meiner meinung nach das ist meine ehrliche meinung die meisten leute wissen überhaupt nicht was das bedeutet also schau dir mal wie lange jan frodino schon dabei ist was der alles schon geopfert hat der wie häufig der am wirklich also im extrem war und ich glaube dass das verstehen viele leute nicht und das ist das da also neben der physiologie die natürlich auch haben muss trennt sich auch dort wieder die streu vom die spreu vom walzen und deswegen bin ich da ja also zum teil sehe ich da wenig perspektive bei den bei den bei den ein oder anderen und der sport ändert sich natürlich auch gerade ne also ich glaube zum beispiel also früher konntest du als guter schwimmer diesen kleinen vorsprung erarbeiten dann konnte auf dem fahrrad vielleicht weg nicken out of sight out of mind so ein bisschen und dann hast du dich bist noch stabilen marathon gelaufen bis aufs podium von irgendeinem iron man gekommen dann gab es die zeit der überbiker das ist komplett vorbei also das sehe ich nicht mehr also so cameron worth ist vielleicht noch eine ausnahme weil er dann auch super solide ist haben wir auch in der folge darüber gesprochen jetzt wenn der kotos corner wie gut der eigentlich als athlet auch insgesamt ist sehr beeindruckend und trotzdem auch locker weil auch dort wieder der ist ja physiologisch sehr stark aber ich glaube der ist auch mental super stark und aber das das meine ich nicht mit dieser mentalen stärke nicht dass wir auch wieder sagt ja da widersprichst du dir sondern das meine ich vom grundsätzlichen mindset gegenüber dem das ist eher das mindset nicht die nicht die mentale stärke im wettkampf oder so und das glaube ich auch vorbei weil das einfach technologisch alles näher zusammen gerückt ist und wenn wir jetzt nicht alle über 20 meter fahren wird das nicht passieren das wird auch nicht passieren weil es unrealistisch ist weil wenn auf Hawaii 60 leute starten und wir haben gruppen von 20 leuten wir werden die nicht auf 400 meter fahren das wird nicht passieren ja so und es geht oft teilweise auch auf den strecken nicht also deswegen muss man sich dem sport anpassen und deswegen glaube ich musst du ein sehr ausgewogener athlete sein und mittlerweile hat sehr sehr gut laufen können und das heißt dass du mitte 230 laufen musst und nicht mehr 245 das interessiert niemanden mehr dann hast du zehn minuten rückstand hat felix gestern noch genauso gesagt überleg dir mal du läufst du 245 und kriegst zehn minuten das kannst du in keiner anderen disziplin mehr aufholen vorher ja oder die raus fahren oder rausschwimmen und das ist brutal das ist aber das ist die wahrheit gerade und ich glaube das haben viele noch gar nicht gesehen und ich bin jetzt mal gespannt auf san george vielleicht werde ich auch eines besseren belehrt ich glaube aber nicht und vor allem auch nicht langfristig ja das ist spannend ja du hast ja genau wir hatten ja schon ein bisschen über die learnings gesprochen das war auch noch so ein ansatz so wo ich mit dir noch mal ein bisschen das ja nachskizzieren wollte jetzt hast du ja profis und altes klassenathleten und auch viele jahre youtube-game ist schon hinter dir vielleicht können wir noch mal so ein bisschen uns anschauen was so vielleicht die du sprichst ja auch oft von so einem narrativ hat nicht und falschen narrativen teilweise die noch überliefert werden vielleicht können wir noch mal so ein bisschen differenzieren zwischen hobbyathleten und profi was so die vielleicht so die größten mythen sind oder was du immer wieder erlebst so weißt du wenn wir mal zum beispiel mit den altersklassenathleten anfangen also wir hatten jetzt schon v2 max und es geht immer nur um die v2 max hit training oder dass das essen vielleicht kannst du da mal was sind so die zwei drei berührungspunkte die wo du immer wieder gegen reden muss ja also du redest von v2 max dann hat man das irgendwie aufgebracht jetzt denken alle ja sie müssen ihre v2 max steigern aber natürlich müssen wir ab einem gewissen saisonzeitpunkt auch irgendwie noch mal was anders machen und entsprechend also das ist ja jetzt auch nicht nur v2 max trainieren ich will auch nicht immer nur der typ sein der sagt du musst seine v2 max steigern also das kann ich auch langsam nicht mehr hören und dass ich immer nur derjenige bin der sagt du musst hit trainieren also da fühle ich mich auch komplett fehlverstanden und ich glaube wenn man ein bisschen mühe gibt und die anderen video schaut dann sieht man auch dass ich da auch durchaus anderer meinung bin aber ja die mythen sie werden weniger also das das fällt mir vor allen dingen auf das ist so ein learning von mir dass da bin ich sehr froh es gibt immer noch so diesen diesen stoffwechsel diese stoffwechsel gedöhnt das kommt immer wieder auf das gibt immer wieder so 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 aufs und ups bei so gewissen themen gibt es immer so trend themen also ich manchmal muss ich lachen wenn ich jetzt um fünf jahre zurück gucke was da vielleicht trend war und frag mich jetzt bitte nicht was der trend war weil mir fällt es gerade auch nicht mehr ein aber das mache ich ab und zu oder da gab es mal das produkt und da war das ein hype und da gab es mal jenes und jetzt ist das alles nicht mehr da und das ist eigentlich eines der 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 hauptmythos im ausdauersport ist dass es da draußen irgendjemand oder irgendwas gibt was ein totaler game changer ist also das ist der hauptmythos das ist das ist der ach so dass du nach diesem geheimen ja irgendwo muss es doch da was geben ja also da muss es doch jetzt das pulverchen geben also da gibt es ja pulver die die stelle machen aber die wollen alle nicht nehmen obwohl pulver stimmt auch nicht aber egal sind ja so tabletten oder oder mich ja flüssigkeiten oder so ja also deswegen das ist eigentlich der hauptmythos den ich immer wieder sehe und do the basics right wieder mario immer sagt ich glaube das ist nach wie vor das wichtige und wenig fehler machen und nicht versuchen also alle denken immer ich höre so häufig ich mache ja im grunde sebastian mache ich schon 99 prozent richtig mehr bei mir geht es nur um das eine prozent wenn ja aber glaub mir mal oder sebastian also bei mir wenn du mit anderen athleten arbeitest und da reichen dir vielleicht 95 prozent oder den mir reicht das nicht ich will 100 prozent da weiß ich schon da muss ich erst mal ganz viel nicht gegen arbeiten sondern moderieren und so einem prozess reinkommen wo jemand erst mal von dieser da steckt ja im grunde so eine fast schon so eine verhärtung dahinter unbedingt alles richtig machen zu müssen und da 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 geht es dann um die bodenkontaktzeit in der einheit darüber darüber rede ich nicht also da kann mir ein athlet was dazu erzählen da sage ich okay das ist nicht valide und könnte die studie dazu schicken guck also ich spreche nicht über parameter die nicht valide sind aber wo kommen wir auch dahin also das das macht wenig sinn und vor allen dingen bodenkontaktzeit ist auch gar nicht so aussagekräftig unbedingt also das ist ja auch das ist ja das ist ja jetzt gemeint dass das die athleten teilweise mit so ulkigen sachen an oder es ist so ich habe leute also das ist dann absurd und deswegen bin ich auch kein fan von mit ur schwimmen die die haben dann immer jede 25 meter wie in der lab gedrückt und ich ja ich gucke mir nie das ist auch so punkt ich gucke mir nie schwimmen einhalten von der von der von der uhr an von der smartwatch interessiert mich überhaupt nicht ich möchte die hauptzeiten der hauptserien haben und mehr kann ich daraus nicht lesen ich gucke mir kann zwölf oder irgendeinen blödsinn an weil das hat alles gar keine relevanz hat und du musst die leute immer wieder so ein bisschen auf also viele denken ja mein training hoch komplex weil ich ja so wissenschaftlich bin und und ralala ich versuche einfach nur aufgrund dieser tatsachen die ich dort gelernt habe und die ich da physiologisch sehe es einfach runter zu brechen und einfache lösungen zu finden und training ist im grunde der körper ist ja sehr einfach getaktet und wenn man ich glaube wenn man diese perspektive einnimmt dann ist es manchmal egal ob man 232 oder 233 watt fährt aber ich habe athleten denen ist das total wichtig und den musst du eigentlich helfen von davon runter zu kommen was ich auch spannend fand also der ansatz wenn man jetzt so mit den average altesklassen triathlet nimmt der jetzt vielleicht sagen wir mal dreimal die woche laufen kann dann war auch so mein falscher gedanke okay ja ich muss ja irgendwie schnell werden also muss ich bestimmt eine am besten sogar zwei schnelle einheiten machen und dann hatte ich mal von dir gehört irgendwie ja guck doch mal so nach diesem session approach nicht dass du irgendwie sagst irgendwie alle zehn einheiten mal eine intensiv oder so ich bin gar nicht so auf die idee gekommen und das ist vielleicht auch da viele einfach so performance liegen lassen weil sie überperformen wollen genau also das stimmt auch also trainingsweltmeister war ich früher auch einer definitiv ja das ist mein eigenes learning aus meiner eigenen sportler vergangenheit sozusagen wenn ich das noch so formulieren darf oder nennen darf also ja das gibt es definitiv das leute auch also vielleicht auch so der charakter auch hertha ist besser das gibt es auch immer noch und man muss immer mehr trainieren klar das sind auch mythen kann man auch als mythos bezeichnen das stimmt natürlich nicht andreas relert und co ja wahnsinn großen respekt auch vor so einem sportler also war also was der trainiert hat aber muss auch sagen und das ist so wichtig das learning richtung profisport das ist mein größtes learning ich arbeite eigentlich viel mehr performance orientiert mittlerweile also das ist auch mein learning aus den letzten zwei jahren und ich lasse mich nicht mehr auf faule kompromisse ein sagen wir es mal so und was ich auch machen würde ist definitiv klingt vielleicht ein bisschen hart wenn ich mir nicht sicher bin würde ich das macht der mario auch das hat für mario gelernt wie wie so eine art protokoll schreiben was man vereinbart hat und was nicht das ist so mein learning also weißt du wenn du sagst naja wir haben jetzt die faust haben also so ein vertrag mäßig ja einfach ein protokoll eines einer saisonplanung was ist unser ziel wo wollen wir hin damit sei es nicht mehr irgendwie ja komische gedanken nach einem verkorksten rennen aufkommen sag ich mal so und weißt du wenn du sagst okay wir wollen wir sind jetzt bei v zu max x und wir wollen aber eigentlich richtung christian blomefeld langfristig und der weg dazwischen der muss okay sein aber da darf es auch rückschläge geben dann ist das eine andere perspektive als okay wir vereinbaren das und dann läuft ein rennen scheiße nach dem motto und dann bist du als trainer nicht mehr on vogue ja gespannt ja und so vom mentalen her hast du da wie ist es da dir sage ich mal in den letzten jahren was in der zusammenarbeit aufgefallen dass da gewisse schlüssel den unterschied ausmachen so bezieht sich vielleicht auch so ein bisschen auf den alltag wahrscheinlich einfach das entscheidende es geht nicht darum dass du im wettkampf noch irgendwo die ne was ich eben schon mal meinte die prozente noch mal raus kitzelst sondern ich merke immer wieder wenn die athleten egal auf das ist auch egal ob es age group am profi ist wenn die mit sich im klaren sind und wissen wer sie sind wo sie hin wollen wenn sie ein gutes stabiles umfeld haben das macht super viel aus das ist so so wichtig da sieht man auch also in der ganzen corona zeit jetzt das war ja keine einfache situation für die profisportler und das muss man auch sagen es hat wahrscheinlich auch sehr vieles verzerrt also viele entscheidungen verzerrt sehr viele rennen auch rennentscheidungen verzerrt also ich glaube viele leute hätten verschiedene rennen nicht gemacht wenn ich corona gewesen wäre aber man musste ja irgendwann auch mal ein rennen machen also muss sich zeigen man wusste nie was kommt und es ist nicht jeder jan vor dem der seine eigenen veranstaltungen organisieren kann so und noch mit charity und hoch und runter was natürlich krass ist und richtig cool gemacht ist krass und teilweise auch mit sehr einfachen mitteln ich erinnere nur da an dieses try it home was sie damit gefühlten also hat der felix ja damals auch gesagt drei webcams organisiert haben genau das ist ja krass und und richtig cool und da habe ich einfach auch gemerkt so okay jetzt während der corona zeit so da hat sich dann auch da sind ganz da sind viele leute ruhig geblieben und paar leute auch nicht mehr und das liegt halt daran was ich eben gesagt habe weil sie vielleicht mit sich selbst noch nicht sie wissen vielleicht noch nicht wo sie hinwollen wo sie hingehören sind sich unsicher ob die entscheidung richtig ist haben auch existenz ängste gehabt oder haben es immer noch kann ich auch alles nachvollziehen und das das zeigt aber wie wichtig diese mentale komponente ist und das zum beispiel das kann man ja auch mal positiv assoziieren und felix henschel war da zum beispiel ultra stark während der zeit der hat das als chance begriffen und das hat aber auch natürlich viel von seiner sportlichen situation irgendwie also das war davon abhängig oder zum beispiel tobi drachler den trinke ist zehn jahre so und es ist auch irgendwie auch das ist zum beispiel auch ein beispiel weißt du der war vierter in frankfurt 2019 natürlich vierter deutscher aber vierter an frankfurt das ist eine enorme leistung aber dass das zählt zum beispiel auch kaum etwas ja und und für den weil zum beispiel die corona zeit der hat das super verpackt aber die war trotzdem nicht einfach weil der hatte natürlich von 2019 so eine bürde mitzutragen und sponsoren die eine gewisse leistung von ihm erwartet haben und dann gab es auch ein oder zwei komplikationen und jetzt ist corona vorbei und er ist sein erfolg ist weg ja und das ist halt auch das was ich am anfang gesagt habe du bist immer nur so gut wie der nächstes rennen und das ist der spitzensport ist brutal aber es auch total ehrlich weil du kannst es gibt keine ausreden entweder du performst oder performst nicht und ja ich glaube das ist so das ist auch so ein learning einfach so es ist schön den erfolg in der vergangenheit für die athleten vor allen dingen weniger für mich muss ich ganz ehrlich sagen weil mir also mir persönlich bedeutet das nicht so viel ja ich finde es cool ich freue wobei du ja auch schon gesagt dass du natürlich dann auch mitfühlst ja aber ich freue mich ich freue mich so für die jungs oder die mädels wirklich ganz im ernst weißt du wie viel da drin steckt also als der felix als dritter habe ich ja schon mal gesagt reingelaufen ist das hat mir für ihn so viel bedeutet aber das war nicht wichtig für mich das ist ein großer unterschied oder ich habe das ja auch gesagt guck mal ich habe maurice schon nicht mehr trainiert dann gewinnt der südafrika habe ich ein tränchen vom fernseher verdrückt weil ich das weil ich mich so für den kerl gefreut habe das ist aber eine ganz andere perspektive und mir persönlich nochmal ich definiere mich nicht darüber und weißt du so das ist ja auch lustig vielleicht noch um den den bogen oder den kreis zu schließen hier nach fast zwei stunden aufnahme es ist ganz interessant mein engstes umfeld also mein bester kumpel und so weiter die sind alle nicht bei social media der ist der hat der kam irgendwann mal an nach zwei jahren youtube meinte was der guckt immer so angelvideos ja so der ist ein angler und der meinte ich habe irgendwie mal du hast mir von diesem youtube da erzählt ich habe das mal das ist ja krass was du hast ja voll viele videos und so der war total überrascht so und weißt in meinem privatleben spielt das keine rolle und ich glaube das ist immer total wichtig weißt du meine eltern die die interessiert das nicht so die können das ist ja auch nicht greifbar für sie die denken sie so ja gut aber aber du ne du guckst schon dass du auch ein guter mensch bist und dass du dich auch so kümmern um dein umfeld kümmern hast und du kannst auch mal öfters anrufen hier ja nee auch das gar nicht so das aber aber du kannst dich auch hier du ruf lieber mal einen opa an ist ja schön ist ja schön dass du da die kommentare beantwortet melde dich lieber bei deinem großvater also weißt das ist das wichtige und ich glaube das dürfen wir halt bei all dem nicht vergessen und so eine gewisse demut vor der sache ist nicht verkehrt ja das ist eigentlich ein perfektes schlusswort ja ja du hast schon gesagt den kreis schließen ja ich habe noch eine frage sebastian die ist auch wieder so ein bisschen so dieses sie geht so in diese richtung halt wieder dieses eine geheimrezept mich würde man auch interessieren du hast ja jetzt auch kriegst ja die ganzen liest ja auch viele studien und so kennst vieles so was im hintergrund passiert gibt es da so jetzt sage ich mal noch ansätze oder gibt es da irgendwas neues was vielleicht in den nächsten jahren noch noch relevanter sein wird also ich mir fällt zum beispiel spontan gerade das thema chronobiologie an ein was du mit dr stede da hatte ja auch im coaches corner war auch eine sehr sehr spannende folge kann ich auch nur empfehlen kann ich auch gerne mal in die show notes verlinken fand ich super spannend aber vielleicht so als letzte frage noch gibt es da irgendwas wo was noch in den nächsten jahren sehr relevant werden könnte oder noch relevanter wird also ich erinnere mich an einen podcast mit simon david müller beim trimarkt damals und er hat mich damals gefragt ob zum beispiel ki in den nächsten ich weiß gar nicht wie ich weiß nicht mehr genau wie die frage ist aber ob das eine rolle spielen könnte oder ob das den trainer also ich glaube das war so richtung die in die richtung kann das den trainer setzen und da habe ich damals gesagt glaube ich nicht also zumindest nicht in den nächsten fünf bis zehn jahren ob das keine ahnung 40 jahren was weiß ich was in 40 jahren ist vielleicht fliegen wir da alle mit so drohnen rum oder so was weiß ich keine ahnung und ich glaube aber dass was was wir schaffen müssen und das wird eine große aufgabe in der zukunft sein das wird auch kompliziert weil das muss ja dann auch anwendbar sein oder nutzbar ist daten große daten zu verarbeiten also ich will jetzt nicht das buzzword big data verwenden ich glaube das ist auch falsch in dem zusammenhang aber schon in die richtung wir sammeln sehr viele daten und natürlich schaffen wir es nicht das alles zu verarbeiten ja das schaffe auch ich nicht und wenn man da eine ki hätte die einem grundsätzlich helfen kann wäre das sicherlich spannend die frage ist aber nur welche wie ja und und welche daten muss man denn wie verarbeiten und so weiter und die antwort auf diese frage kann ich dir auch nicht geben ansonsten glaube ich ist das wer da aufmerksam zuschaut ist ja was auch wieder oder auf alexander buch macht ist ja die machen gerade ganz viel so mit diesen core gadgets oder diesen wearables mit diesem mess also um die temperatur zu messen das ist das wort eigentlich ganz einfach und da ist es ja total spannend dass sie das gar nicht auf basis der körper kerntemperatur machen das interessiert die überhaupt nicht sonst geht ja um wärmeabgabe und es geht ganz viel ja um energieumsatz und das da könnte ich jetzt noch mal zwei stunden darüber reden das steht aber auch sogar in unserem buch damals das da greift aber kaum einer darauf zurück auf die geschichte es geht um die funktionsreserve also protein synthese wie viel kann ich also wirklich trainieren und das ist ja deren große geschichte und deswegen ist diese v zur max so wichtig weil umso höher die v zur max ist desto mehr kann ich trainieren desto mehr energie kann ich umsetzen absolut also weißt du wenn mein meine kapazität groß ist dann ist irgendwie 60 prozent davon immer noch sehr sehr viel aber für jemand anderen ist es fast schon das maximum und deswegen und das muss man ja sagen viele sagen ja man muss nicht so viel trainieren naja gut die norweger trainieren verdammt viel vom umfang her und die können das aber auch weil sie eine derartige kapazität haben und ich glaube das zu messen also energieumsatz wirklich auf zellulärer ebene auch und wo sind da die grenzen also dort die grenzen weiter nicht zu verschieben aber in gewisser weise besser quantifizieren zu können und das zu individualisieren da sehe ich eine große zukunft das ist ja auch dieses isotopwasser was der da immer trinkt für einen liter wo der tausend euro kostet oder so ne wo sie gucken wie viel scheidet er davon wieder aus um okay das habe ich noch gar nicht mit ja da gibt es so ein artikel in der new york times wo der olaf alexander bu das auch quasi wieder gibt es ja auch wahnsinn der kompanie machen was und die sind total transparent ja das zeigt aber gleichzeitig auch kann man ja ehrlich sein du erzählst nicht unbedingt das was der ganz heiße scheiß ist sondern die sind wahrscheinlich schon so wieder wieder vorab vor der welle ja also das also ki und das zweite thema also wie wie viel kann ich trainieren wo kann ich da den umfang steigern und das hat wenig da gehen wir in deutschland häufig auch von der falschen seite an wir versuchen die regeneration zu fördern aber wir müssen eigentlich die trainierbarkeit steigern und glaube ich ist mein ansatz und da weil der punkt ist wenn wir jetzt über das leistungs also über die welt spitze reden ja genau also ich rede jetzt nur über high performance und das ist das etwas womit ich mich schon lange lange zeit auch beschäftige und das ist auf einer über eine andere schiene und das ist sehr sehr schwierig weil das auch ein langfristiger prozess ist und darauf muss man sich einlassen also man weiß ja dass die jungs da auch mit zwölf angefangen haben und zwölf jahre oder wie viele jahre später gibt es ja jetzt diese legende sozusagen der wollte damals olympiasieger werden ähm aber das ist die realität und äh das ist ein sehr klar auch ein wellenförmiger prozess aber es ein sehr klarer prozess gewesen ja und jetzt hofft wahrscheinlich die ganze szene dass es doch nochmal zu einem battle auf hawaii kommt zwischen the goat und christian blumfelder ich hoffe es persönlich dass es nochmal irgendwie stattfindet also das ist ja auch etwas ich glaube das wisst du dann auch äh bist ja auch irgendwie ein insider aber am ende des tages sind wir alle fans vom sport oder des triathlons und äh ich würde es ey wenn ich mir das wenn ich so klar ich vor allem ich muss es ja nicht selber machen ich muss da nicht performen aber ich würde es mir sehr wünschen stell dir mal vor wir hätten nicht ein iron war aus zwei leuten sondern wir hätten die norboys patrick lang und jan froden auf die letzten zehn kilometer von hawai ey da würde ich das ist immer so ich würde jetzt ich würde jetzt tausend euro auf den tisch legen und sagen ey das würde ich mir wünschen und wer legt noch dazu dass das passiert weil das weil ich meine das das besser kannst du die geschichte nicht zu ende schreiben weil das wird ja vermutlich das letzte rennen von von frodo auf hawai sein und wenn es so endet ey überleg dir das mal was ist doch für ein sportbedeutend das wäre der das da merke ich auch schon wieder das ist das wäre richtig krass ja so eine richtige so richtig so man oh man so richtig was dagegen ist also so richtig ja so vollblutsport so weißt du da zählt ja nichts anderes mehr als so wer kann es denn noch und vielleicht auch dann wiederum vielleicht da dieses du musst dich da du musst dann ja das letzte quäntchen irgendwie finden und du musst diesen ganz und das ist ja der punkt du musst da kommst du dir zu der ganz ursächlichen frage warum du den ganzen blödsinn eigentlich machst und die frage musst du dir in dem moment ja stärker und krasser beantworten und dieser reiz dieser trigger muss ja stärker sein als bei all den anderen leuten mit denen du da nebeneinander läufst und das fände ich sehr interessant so aus einer das wiederum alles nach so einer psychologischen perspektive wenn ich auch mega wenn ich da jetzt schon dran denke so ja aber ich sehe auch die uhr also wir werden mal hier den punkt setzen mein lüfter wird auf jeden Fall sehr sehr cool ich hoffe das hört man nicht achso ja ja willst du noch irgendwas loswerden oder war eine frage wo du dachtest die wäre gekommen aber die ist nicht gekommen oder ein thema worüber hättest du noch gerne geredet nein oh Gott nein ich finde also erstmal vielen lieben Dank das habe ich glaube ich am Anfang gesagt dass ich hier zu Gast sein darf oder sein durfte fand ich sehr cool weil ich meine das ist ja ein neues Format und wenn man dann so in der ersten Staffel glaube ich ich hoffe da kommen ja noch mehr wenn ich das richtig verstanden habe da zu Gast sein darf finde ich das immer schön und ich finde das machst du super also wirklich das ist jetzt hier kein Geschleim oder so sondern ich finde das wirklich super gut das ist auf Instagram sehr professionell aufgezogen und was ich mir wünschen würde ist mach das so weiter und versuch da nicht etwas aufzubauen wo man vielleicht selber dann irgendwann dem Anspruch nicht mehr gerecht wird sondern ich finde das machst du gerade so so gut dann gibt es ja gar keinen also mach es einfach so dass du damit happy bist das würde ich sagen und ich glaube dann du bist happy wenn du deinen Anspruch erfüllst so gefühlt und das fände ich cool wenn du das machst und nein ich manchmal muss ich aufpassen dass ich nicht zu negativ wahrgenommen werde das würde ich gerne noch zum Abschluss sagen ich finde das immer alles sehr ist das so ja ich habe selber den Eindruck ich denke mal so ich glaube das liegt daran dass du sehr differenziert Sachen beantwortest und nicht so dass alle gleich hören wollen und dann man muss sich bei mir immer ein bisschen Zeit nehmen das stimmt so und das würde ich mir wünschen also nicht nur bei mir sondern hört den Leuten zu und gibt den Leuten Zeit und es ist nicht TikTok die Welt ist nicht TikTok wo du in Sekunden irgendwie eine Information wahrnehmen kannst sondern das ist nehmt euch mal Zeit für ein Gespräch und hört nicht zehn Podcasts sondern einen in Ruhe so und vielleicht war es dieser weil dann habt ihr jetzt echt lange zugehört ja long ich sag ja auch ist es für die long run long run oder für die Rolle stimmt dafür sind die Gespräche auch stimmt ja also Sebastian ja vielen vielen Dank auch für deine Zeit also sehr cool um ein bisschen Insights zu bekommen einfach so auch von so einem Trainer ist es ja auch du schnupperst ja auch in viele Perspektiven rein bekommst du auch viel Input von den Athleten von den Trainern Wissenschaftlern ist sehr sehr spannend da war sehr sehr spannend damit zuzuhören also vielen vielen Dank ja vielen Dank das war mein heutiger Gast Coach Sebastian Seller vielen vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und ja danke auch an deine Zeit Sebastian ja also wie du es schon gemerkt hast die Folge ging heute ein bisschen länger als die anderen und ja was soll ich sagen wir hätten hier wahrscheinlich noch ewig weiter philosophieren können aber irgendwann muss man ja auch mal einen Punkt setzen ich fand besonders spannend die Einblicke über seine Kooperation und die Art und Weise wie er zusammen mit der TC und den Partnern Content aufbereitet und ja auch wie es um den Austausch mit anderen Trainern wie zum Beispiel Olaf Alexander Buhr besteht übrigens ich gebe auch gerne nochmal den Shoutout hier an dieser Stelle Sebastian trifft ja den Olaf Alexander Buhr Mitte Mai in Göteborg und er hat auch kürzlich auf dem TC YouTube Kanal ja euch beziehungsweise seine Community gefragt dass man auch gerne Fragen stellen kann und die als Kommentar sozusagen unter das Video raushauen kann also check das auch gerne mal ab und ja wenn du noch Fragen an Sebastian hast und wir vielleicht Themen angerissen haben wo du noch mehr reinzoomen wollen würdest dann melde dich einfach gerne via Mail oder Instagram so jetzt aber wirklich genug der Palaberei für heute wir hören uns hier wieder in zwei Wochen in der Streaming App deiner Wahl und ja du wirst es kaum glauben endlich endlich dürfen wir dann auch die erste Profisportlerin begrüßen ich kann natürlich noch nicht zu viel verraten aber vielleicht schon mal so viel sagen ihr Steckenpferd ist definitiv die lange Distanz vor allem in der Kombination Schwimmen und Radfahren also gut bis dahin ciao ciao